Hallo, ich bin Lee und in der Feenstaub-Märchensammlung hören wir die allerschönsten Märchen von Robert Reinick. Es geht um Prinzen und Prinzessinnen, Feen, Elfen, Silberkindchen, Schwestern und eine Schilfinsel. Wenn du keines meiner Hörbücher mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und jetzt lehn dich zurück, mach's dir bequem und viel Spaß! Die Wurzelprinzessin Auf dem Wege zwischen Nürnberg und Leipzig lief in früheren Zeiten die Straße an einer Stelle neben dem Rande eines dunklen Waldes hin, der sich weit in das Land hinein über die Berge vorzog. Mitten in diesem Dickicht bildeten Felsen ein tiefes grünes Tal von fast undurchdringlichen Hecken umgrenzt, so dass weder Mensch noch größere Tiere dort einzudringen vermochten. Hier lebte zu jener Zeit das lustige Volk der Wurzelmännchen. Das waren niedliche, menschenähnliche Geschöpfchen. Die größten vielleicht eine Spanne, die kleinsten einen kleinen Finger lang. Sie wohnten im Sommer in Mooslauben und unter hohen Farnkräutern. Im Winter verkrochen sie sich zwischen Baumwurzeln, in Astlöcher und Felsspalten. Ihre Kleidung war fein und zierlich. Die Männerchen trugen Moosröckchen und Mooshöschen, die Weiberchen Kleider von hübschen bunten Blumen, Blättern und Spinnengeweben, je nachdem es kalt oder warm war. Von langer Weile wussten sie nichts. Immer hatten sie viel zu tun, mussten ihre Straßen in Ordnung halten, Vorräte sammeln und dergleichen mehr, und auch trieben sie gern allerlei Kurzweil mit Klettern und Springen, stellten auf dem Bach der durch ihr Land floss große Wasserfahrten in Nussschalen an, jagten sich mit Grashüpfern und Maikäfern und führten nach dem Gesange der Vogel die zierlichsten Tänze auf. Dazu verstanden sie die Sprache aller lebenden Wesen. Zwei Feste im Jahr machten den Wurzelmännchen besondere Freude. An gewissen Tagen des Frühlings und Herbstes zogen große Scharen munterer Gäste heran, die dann gastfreundlich bewirtet wurden und zum Dank dafür, dem kleinen neugierigen Volk zu erzählen pflegten, wie es draußen in der Welt zuging. Diese Gäste waren niemand anders als die Tausende und Abertausende von Wandervögeln, die im Frühling aus dem Süden, im Herbst aus dem Norden daherkamen. Da klapperten die Stärche ihre Dorfgeschichten, die Zugschweiben zwitscherten Hausmärchen und die Nachtigallen brachten neue schöne Lieder mit. Dann kamen auch wohl noch Wanderratten dazu und trugen Reisebeschreibungen vor und Elstern und Krähen erzählten schauerliche Sagen. Auf diese Weise erhielt das Wurzelfolk fortwährende Kunde von der ganzen Welt. Allerdings erregten solche Erzählungen große Neugier, die Menschen kennenzulernen. Doch immer hielt eine angeborene Scheu die Kleinwesen ab, ihr friedliches Tal zu verlassen. Nun regierte einmal in jenem Volke ein guter, lieber Wurzelkönig. Der hatte eine sehr schöne Prinzessin zur Tochter. Diese aber war neugieriger als alle anderen Mädchen der Welt, ja, sogar neugieriger als alle ihre kleinen Landsmänninnen. Der Wunsch, auch einmal die Menschen da draußen zu sehen, von denen sie so viel Wunderbares gehört hatte, war bei ihr gar mächtig groß geworden. Der gute König tat sein Möglichstes, ihr diesen Wunsch auszureden. Er stellte ihr die Menschen als grimmige, eigennützige Riesen vor. Kein lebendes Geschöpf, sagte er, sei für ihre Herrschaft sicher. Der größte Elefant müsse ebenso gut nach ihrem Willen tanzen, wie der kleinste Flo. Das half alles nichts. Seine Tochter hatte sich's einmal in den Kopf gesetzt, eine Reise ins Land der Menschen zu versuchen. Weil nun dieser Gedanke sie immer schwermütiger und magerer machte, beschloss der König, endlich ihren Willen zu tun, in der festen Hoffnung, der eigene Anblick würde sie für immer abschrecken und von ihrer krankhaften Neugierde heilen. Sogleich wurde ein schönes neues Vogelnest ausgesucht, mit Federn und Moos gepolstert und darüber von Blättern ein schattiges Dach zum Schutz gegen die Sonne befestigt. Das bestieg der Wurzelkönig mit der Prinzessin. Auch vergaß man nicht, ein feines Mittagessen von saftigen Beeren, Honig- und Blütenknospen hineinzulegen. Zwei Kraniche, die sich acht Tage vorher darauf eingeübt hatten, nahmen das Nest in ihren Schnabel und im Fluge ging es durch die Luft geradewegs zur nächsten Hauptstadt, der Menschen. In wenigen Stunden schwebten die beiden Vögel mit im Neste über den Häusern der Stadt. Mit leisem Fluge ließen sie sich aus der Luft herab und setzten die königliche Luftkutsche vorsichtig auf die Turmgalerie des Rathauses nieder, von wo man alle Straßen überschauen konnte, ohne Gefahr, selbst gesehen zu werden. Das war ein Anblick. So prächtig hatte sich selbst der König einem Menschenstatt nicht denken können. Die Prinzessin jubelte auch vor Freuden so sehr, dass sie beinahe aus dem Nest gefallen wäre, hätte nicht einer der Kraniche mit seinem langen Schnabel sie schnell an den Beinchen festgehalten. Nun wollte aber der Zufall, dass gerade an demselben Tage der Prinz des Landes in dieser Hauptstadt seiner Hochzeit mit einer fremden Königstochter feierte, so dass die ganze Stadt in größter Pracht funkelte. Was gab es da nicht alles zu schauen? Aufzüge, Jahrmarkt, Parade von tausend Regimentern, Theater im Freien, Seiltänzer, Tanzböden, Wettrennen, es lässt sich unmöglich beschreiben. Vor allem aber der Prinz und seine junge Frau. Wie schön sah er aus in seiner roten Hussarenuniform mit dem Stern auf der Brust, dem Schnurr und Knebelbart und den großen blauen Augen. Und sie im roten Samtkleide mit Perlen und Brillanten über und über bedeckt, die bis hoch auf die Radsturmgalerie heraufblitzten. Wo man nur hinsah, es gab immer wieder etwas Neues. Und so ging es vom frühen Morgen bis die Sonne hinter den Bergen verschwand. So sehr alle die Herrlichkeiten den Wurzelkönig auch entzückten, sein Urteil über die Menschen änderte sich nicht. Daher war es ihm denn gar nicht recht, dass seine Tochter gerade am heutigen Tag die glänzendsten Seiten des menschlichen Treibens kennenlernen musste. Dennoch war er zu schwach, sich selbst den Anblick zu versagen. Er wäre auch noch länger dort oben geblieben, wenn bei anbrechender Dunkelheit nicht plötzlich Menschen auf die Galerie gekommen wären, um dort Illumination und Feuerwerk anzustecken. Die Männer näherten sich dem Neste. Wie erschrak die Prinzessin beim Anblick dieser Riesengestalten. Auch der König verlor vor Angst die Sprache und hätten nicht die Kraniche von selbst das Storchennest in die Höhe gehoben und in raschem Fluge davongetragen? Ja, so wäre es mit dem Wurzelpärchen und unserer Geschichte bald zu Ende gewesen. So aber war es gerade zur rechten Zeit. Noch ganz von Weitem sahen die Luftfahrer das Feuerwerk über dem Rathausturm in die Luft prasseln, was aus der Ferne zwar sehr prächtig anzuschauen war, in der Nähe aber ihr sicherer Tod gewesen wäre. Wohlbehalten kamen beide wieder in ihrem Wurzeltale an. Freilich erkannte nun wohl die junge Prinzessin, dass die Menschen für sie zu groß wären, als dass sie mit Vergnügen ihre Herrlichkeiten hätte genießen können. Die alten Wünsche stiegen aber dennoch wieder und jetzt viel stärker als früher in ihrem Herzen auf, wenn gleich in einer etwas anderen Gestalt. Sie bildete sich fest ein, es müsse auf Erden noch ein anderes Geschlecht geben, so klein wie ihre Landsleute, aber so gescheit wie die Menschen. Und sie beschloss daher, niemals in ihrem Leben zu heiraten, wenn nicht ein Prinz von ihrer Größe sie zur Frau nehme. Der aber müsste gerade solche Hussarenjacke anhaben, gerade solchen Stern auf der Brust tragen und gerade so große blaue Augen besitzen wie der Menschenprinz in der Hauptstadt. Auch sollte er über ein Völkchen regieren, das ähnliche Eigenschaften wie jenes besäße. Diese Grille seiner Tochter machte den guten alten König recht traurig. Wie gern hätte er einen Schwiegersohn gehabt, aber ein solcher? Wo in der ganzen Welt war der zu finden? Zwar versuchte er alles Mögliche, um sein Volk nach menschlichen Grundsätzen zu bilden, doch kam bei alledem nicht eben viel Gescheites heraus. Hören konnten die kleinen Kerle nicht genug von den Menschen und ihrem Treiben. Aber selbst welche werden? Nein, sie sollten nun und immer bleiben, was sie waren. Freie, lustige Wurzelmänner. Die Folge davon war, dass die Prinzessin keinen Mann und der König keinen Schwiegersohn bekam. Es waren mehrere Jahre vergangen, als wieder einmal das Frühlingsfest erschien. Schon blühte und sproste alles auf Bäumen und Hecken, auf den Felsen wie in den Gründen. Das Wurzelfolk hatte bereits seine dunklen Winterquartiere verlassen und seine Sommerwohnungen an dem kühlen Bache bezogen, der jetzt wieder lustig dahin sprudelte. Begierig hatte alles auf die Ankunft der geflügelten Gäste. Endlich kam der große Tag heran. Es war ein schöner Mainmorgen und durch das junge, saftige Nusslaub des Waldes flimmerte und funkelte der Sonnenschein über Blumen und Rasen, über Kiesel und Wellen. Da sah man schon ganz in der Frühe die kleinen Herolde in neun Moosröckchen auf Häupferdchen das Tal durchreiten und mit heller Stimme überall ausrufen, »Heraus, ihr Wurzelmänner, heraus!« »Der Frühling ist gekommen!« »Die Vögel sind draus!« Kaum war der Ruf vernommen, so strömte das ganze kleine Volk zur Nusswiese hin, die, immer für solche Feste bestimmt, auch diesmal aufs Schönste geschmückt war. In der Mitte prangte auf einem zierlich mit Kieselsteinchen belegten Maulwursthaufen der Thron für den guten König und seine schöne Tochter. Er war aus Schneckenhäusern und Bachmuscheln erbaut und mit Federchen gepolstert. Eine lange, sechsfache Allee von Maiglöckchen führte schnurgerade zu ihm hin und als die königlichen Herrschaften, begleitet vom ganzen Hofe, auf Eichkätzchen dahin durchgaloppierten, erklangen alle Maiglöckchen in wunderleblichen Melodien. Denn an jeder Staude war eine Spinne angestellt, die sämtliche Glocken daran an feinen Spinnfäden läuten musste. Es erfolgte eine feierliche Stille. Die Vögel waren noch immer nicht da. Wahrscheinlich hatten sie sich noch irgendwo in der Nähe niedergelassen, um ihre Federn, die von der langen Reise in Unordnung geraten, in Ordnung zu bringen. Sie mussten doch für ihren freundlichen Würten als anständige Gäste erscheinen. Plötzlich hörte man fern, dann immer näher und näher, ein Platzen von Knallschoten, das gewöhnliche Zeichen, das die Gäste im Anzuge wären. Und alsbald rauschte es hoch in der Luft. Schon kamen einzelne Züge der Vögel über den Wald daher, dann wieder welche und so immer mehr, bis zuletzt die Wiese ganz beschattet ward von den fliegenden Gästen. In langen Scharen ließen sie sich auf der Mitte des Platzes nieder. Allgemeiner Jubelruf erscholl ringsum. Darauf ließ man die Ankömmlinge sich an Speise und Trank erquicken und nun bestieg ein alter Storch, der berühmteste Erzähler seiner Zeit, ein Felsblock, dem als Kanzel diente. Schon machte er sein gemütliches Gesicht, womit er alle Erzählungen zu Beginn pflegte. Schon räusperte er sich und öffnete den langen roten Schnabel. Da ward er durch ein lautes Gemurmel des Volkes unterbrochen und ein eigentümliches Geräusch, wie von vielen Wagen und Pferden, erscholl aus der Ferne. Wurzelherolde sprengten heran und meldeten, drinnen im Walde rücke ein ganz neues, fremdes Volk in unabsehbaren Scharen daher, gefühlt von einem Prinzen in roter Hussarenuniform, mit großen, blauen Augen und einem Stern auf der Brust. Derselbe nenne sich Fürst Nussknacker, sein Minister heiße Hampelmann, und beide ersuchten den Wurzelkönig und dessen Fräulein Tochter um einen allergnädigsten Empfang. Bei dieser Nachricht war die Prinzessin vor Schreck glühend rot und der König leichenblass. Die Prinzessin glaubte, der Menschenprinz in der Hauptstadt habe sie neulich auf der Rathausturmgalerie erblickt und komme her, um sie zu heiraten. Der König fürchtete, das Riesenvolk der Menschenzieher herbei, um ihn und seine Untertanen zu vernichten und sein Land zu erobern. Als sie aber erfuhren, Prinz Nussknacker und sein Volk sei nicht größer als die Wurzelmänner selber, verwandelte sich ihre Angst in eine solche Freude, dass die Prinzessin ihrem Vater um den Hals fiel und gar nicht aufhören konnte, seine Hände zu küssen. Der König aber gebot dem erzählenden Vogel schweigen und befahl den fremden Prinzen mit seinem Gefolge, sogleich herbeizuführen. Wie Prinz Nussknacker und sein Rat Hampelmann hierher kommen, wird der folgende Abschnitt erzählen. Die Straße von Nürnberg nach Leipzig führte zur Zeit unserer Erzählung an einer Stelle neben einer tiefen Schlucht dahin, durch die sich ein kleiner Bach klar hindurchschlängelte. Er kam geradewegs aus dem Wurzeltale und hatte die wunderschöne Eigenschaft, dass alles, was da hineinfiel, sogleich lebendig wurde, wenn es nur vorher schon die Gestalt irgendeines lebenden Wesens gehabt hatte. Da geschah's eines Tages, dass ein Frachtwagen, der zur Leipziger Messe fuhr, und turmhoch voll Kisten und Kasten gepackt war, gerade an dieser Schlucht vorüberkam, als ein Rat brach und er in den Abgrund stürzte. In den Kisten war lauter Nürnberger Spielzeug aller Art und von solcher Menge, dass ein ganzer Jahrmarkt damit ausgestattet werden konnte. Als der arme Fuhrmann den Wagen da unten liegen sah, wo kein Mensch hinzukommen konnte, lief er in die weite Welt. Wer weiß, wo er geblieben ist. Natürlich waren durch den Sturz des Wagens einige Kisten aufgesprungen, und von den Puppen, die da herausfielen, waren ein Nussknacker und ein Hampelmann in den Wunderbach gerollt. Eben wurden sie vom Wasser des Baches nur ein wenig benetzt. So durchdrang auch beide sogleich ein wunderbares Leben. Langsam erhoben sie sich und sahen einander verwundert an. Nussknacker, schön lackiert, mit den glotzenden blauen Augen, dem hölzernen Zopf und dem Stern auf der Brust, stand auf seinen Beinen wie eine Säule da. Hampelmann dagegen in seiner bunten Jacke mit lachendem Gesicht schlug Hände und Beine vor Freude über dem Kopf zusammen und hüpfte wie ein Wiedehopf um jenen herum. Wie diese ersten Lebensregungen in ruhigere Betrachtung übergingen, öffnete Hampelmann zuerst den Mund und sagte, »Grüßer Prinz! Dass ihr ein Prinz seid und ich euer lustiger Rat, das ist klar, denn sonst hättet ihr keinen Stern und ich keine Narrenjacke. Was aber nun anfangen?« »Diese Frage zu beantworten kommt dir zu, aber nicht mir«, entgegnete Nussknacker, den das Gefühl seiner erhabenen Geburt schon jetzt sehr stolz und nachdenklich gemacht hatte. In den Bad murmelnd bewegte er seine kräftigen Unterkinnbacken fortwährend auf und nieder und fuhr dann weiter fort, »Lieber Hampelmann, dass ich, wie du sehr richtig erkannt hast, zu einem großen Mann geboren bin, bestätigen mir außer meinem Stern auch noch drei Wünsche, die soeben in mir aufsteigen.« Der erste Wunsch zielt auf »Ein Gericht guter und feiner Nüsse, denn ich bin bei außerordentlichem Appetit.« Der zweite besteht in der Sehnsucht nach einem treuen Volk und »Einer glänzenden Armee, denn zum Regieren bin ich nun einmal geboren.« Der dritte endlich geht aus nach einer schönen und reichen Prinzessin, die mir zugleich als Mitgabe ein hübsches Stück Land zubrächte, worin ich in aller Gemächlichkeit mit deiner Hilfe Nüsse essen, regieren und mich belustigen könnte. Deine Pflicht ist es nun, mir zu raten, wie ich diese Wünsche in Erfüllung setzen könnte.« »Besser Taten als Raten,« rief Hampelmann, »verlassen sich eure Herrlichkeit nur auf meine Lustigkeit. Noch vor Sonnenuntergang sollen sie sich im Besitze all dieser Kleinigkeiten befinden, oder? Ich will nicht mehr Hampelmann heißen und meine Beine nie mehr über meinem Kopf zusammenschlagen können.« Mit diesen Worten sprang er auf den nächsten Nussbaum und schüttelte, was er konnte. Wie Hagel fielen die köstlichen Nüsse von den Zweigen herab und wurden von dem hungrigen Prinzen mit größter Schnelligkeit verarbeitet, so, dass er erst recht aufzuleben begann, als sein Hunger befriedigt war. Viel schwieriger als der erste Wunsch war der zweite auszuführen, aber auch dafür wusste der Hampelmann Rat. Die umherliegende Ladung des Frachtwagens enthielt ja ein Volk und Soldaten genug, es kam nur darauf an, die Kisten zu öffnen und all die tausend Puppen, die sich darin befanden, lebendig zu machen. Leider aber waren die Bretter der Kisten so fest aneinandergefügt, dass die Kraft der beiden kleinen Leute nicht ausreichte, sie zu öffnen. Wie sähe sie sich auch daran abmühten, alles war umsonst. Ja, da war guter Rat doch teuer. Vor lauter Nachdenken traten dem Nussknacker seine großen Augen schon weit aus dem Kopf hervor, dass sie wie Krebsaugen anzusehen waren. Hampelmann dagegen verlor keinen Augenblick seinen lustigen Mut. Um Hilfe zu ersehen, drehte er sich wie ein Kreisel nach allen Seiten herum und, ehe er es selbst noch dachte, zeigte sich ihm wirklich die ersehnte Hilfe in einer Art, die ans Wunderbare grenzte. Weithin schien die Braunfelder, die neben der Schlucht dem Walde gegenüberlagen, auf einmal lebendig zu werden. Ein gewaltiger Zug Wanderraten, die auf einer Reise von Süden nach Norden begriffen waren, zog daher und ging zufällig gerade auf die umherliegenden Kisten los. Aus dem Wege, mein Prinz, rief Hampelmann, wenn wir uns nicht selbst wie Haselnüsse wollen, auffressen lassen. Beide sprangen auf die Seite. Die Ratten, die, wie bekannt, keine Umwege kennen, sondern immer geradeaus durch Felder und Wälder über Zäune und Mauern hinweg spazieren und sich durchbeißen, wo sie nur können, fielen ohne Umstände über die Kisten her. Das frische junge Fichtenholz der Bretter war ihren scharfen Zähnen ein gefundenes Fressen, ebenso die festen hanfenden Stricke. Bald hier, bald da fiel ein Deckel, bald hier, bald da sprang ein Strick. Das köstliche Spielzeug lag in kurzer Zeit bunt durcheinander auf der Straße umher und die einzelnen Ratten fingen schon an, auch an diesem ihre leidenschaftliche Nagelust zu befriedigen. Wie Hampelmann das sah, rief er den Ratten zu, Prosit Mahlzeitfresser, ihr Bretterfresser, jetzt habt ihr genug. Und mit einem Satze sprang er in den Bach, schlug Arme und Beine fortwährend über dem Kopfe zusammen, dass das Wunderwasser weit umher und auf alle die Nussknacker, Hampelmänner und zinnernen und hölzernen Soldaten spritzte, die nun auch davon benetzt, sogleich lebendig wurden und auf ihren Beinchen empor sprang. Immer mir nach und macht's wie ich, rief Hampelmann fortwährend. Ein Narr macht viele Narren, ein Kluger viele Kluge. Und richtig, immer neue Puppen lebten auf und erweckten wieder neue zum Leben. Die Regimenter fanden sich zusammen, die kleinen Pferde an den kleinen Kanonen erhoben sich und fuhren ihnen nach, die zinnernen Generale stellten sich an die Spitze der Armeen und Kommandierten und dem Nu war die Schlachtordnung gegen die Ratten gebildet. Es war aber auch die höchste Zeit, denn schon fielen einige Puppen unter den scharfen Zähnen der garstigen Tiere zu Spänen auseinander. Da erwachte auch im Nussknacker ein wahrhaft großartiger Heldenmut. Seine Augen rollten nach allen Seiten, seine Kinnbacken klapperten vor Kampfeslust, der Held seine Zopf begleitete alle Bewegungen seines Mundes mit fürchterlichen Zuckungen. Schnell zog er sein Schwert aus der Scheide und an der Spitze seiner Leibgarde, die ebenfalls Nussknacker aber ohne Stern und daher auch keine Prinzen waren, führte er das Heer zur Schlacht. Jetzt kommandierte er Feuer. Sogleich knatterten alle Gewehre und Kanonen der unzähligen Regimente auf die Ratten los und erschreckt von dem ungewohnten Getöse ergriffen diese eiligst die Flucht. So war der Sieg glänzend errungen und wo früher umgestürzte Kisten aufgetürmt waren, sah man nun eine neue bunte Welt. Städte und Dörfer, Festungen und Landhäuser, Küchen und Putzstuben lagen über und untereinander. Dazwischen liefen viele tausende kleiner Menschen und Tiere umher. Das Erste, was nun geschah, war natürlich, dass Prinz Nussknacker sich von seinem Volke als Fürst huldigen ließ. Jetzt war aber die letzte Aufgabe noch zu erfüllen. Eine Prinzessin zu finden und mit ihr ein Stück Land zu erwerben, wo die neue Kolonie sich niederlassen könne. Auch dazu fand Hampelmann bald Rat. Einige Verwundete und gefangene Ratten mussten auf sein Geheiß von allen Prinzessinnen, die sie auf ihren Wanderungen kennengelernt hatten, Bericht erstatten. Als sie nun auch von der Wurzelprinzessin viel Schönes berichteten, wurde bei ihrer Beschreibung das hölzerne Herz des Fürsten Nussknacker so stark erwärmt, dass ein Ton durch dasselbe fuhr, als wie wenn eine Dele in einer plötzlich erwärmten Stube zu reißen anfängt. Dieser Ton war ihm ein Zeichen, nur diese und keine andere Prinzessin dürfe seine Königin werden. Er beschloss daher, auf der Stelle mit seinem Volke dort hinzuziehen und um die Prinzessin zu werben. Sogleich wurde der Zug geordnet. Als Führer dienten die gefangenen Ratten. Ihnen folgte Reiterei, dann der König mit seinem Hof starrte, hinter ihm das Geschütz und Fußvolk. Nun kamen Schaukelpferde über und über mit Schachteln beladen. Darin die Städte, Dörfer, Theater, Festungen und Küchen und dergleichen mehr. Ebenso das Küchengeschirr und der Hausrat. Hinter diesen die kleinen Lastwagen, die blechernen und hölzernen Kutschen, ganz mit Passagieren besetzt, Donnen Fußgänger aller Art, in allen Kleidertrachten von Adam bis auf unsere Zeiten. Ihnen folgten lange Herden von Tieren, groß und klein, alle aus den Noackasten und Menagerien, die auf dem Frachtwagen gewesen waren. Erst die Zahmen, zuletzt die Wilden. Letztere umgeben von zinnernden Beduinen und Tarkessen, die aufpassen mussten, dass die kleinen brüllenden Bestien nicht sich selber oder andere unschuldige Wesen auffressen. Und zwischen allen diesen Zügen sprangen die Hampelmänner Harlequine und Ledermetze einher, machten ihre Possen und erhielten das ganze Volk auf dem langen und beschwerlichen Marsch fortwährend bei gutem Mute. Auch schwammen auf dem Wunderbache, an dessen Ufer sie hinzogen, ganze flotten magnetischer Schiffe, dazwischen die blechernen Schwäne, Enten und Fische. Nun denke man sich diesen unabsehbar langen Zug in dem schönen grünen Walde zwischen Maiglöckchen, Pfeilchen und Butterblumen unter Lattichblättern, Brennnesseln und Farnkräutern bergauf und bergab marschierend und alles das bei funkelndem Sonnenschein und unter blauem Himmel und dazu die Anstrengung und Mühe der kleinen Wichte, das Rädergeknarre, das Peitschengeknalle, das Musizieren und Singen an guten Stellen, das Ach- und Wegeschrei auf beschwerlichem Pfade, wie zierlich und lustig das muss ausgesehen haben. Tja, da war es wohl sehr natürlich, dass auf dem ganzen Wege, den der Zug machte, die Vögel aus den Sträuchern, die Käfer aus den Blumen, selbst die Regenwürmer und Schnecken aus der Erde neugierig herbeikamen. Und dass diese alle doch einen großen Respekt bekam vor dem König Nussknacker, der ein so blankes Volk beherrschte und sogar auf Reisen führte. Nach langer Mühe und unsäglichen Anstrengungen langte endlich die Kolonie, wie wir schon gelesen haben, bei der großen Nusswiese an. Prinz Nussknacker und seine Begleiter wurden vom guten Wurzelkönig auf das freundlichste Empfang. Die Prinzessin schwamm in Entzücken über die glänzende Erscheinung des schön lackierten hölzernen Fürsten, der in einer steifen, wohlgesetzten Rede seine Liebeserklärung und seine übrigen Wünsche ungemein anständig vortrug. Auch der König wurde so von seinen Worten gerührt, dass er ihm ohne weiteres seine Tochter zur Frau und die ganze Nusswiese zur Aussteuer gab. Und als er nun gar seinen künftigen Schwiegersohn zärtlich umarmte, jauchzte ringsumher alles Volk, und alle die Tausende der Vögel stimmten mit Singen, Pfeifen und Klappern in das Vivat rufen und Jubel Geschrei ein. Darauf ward angeordnet, dass der ganze Zug des Puppenvolkes vor den Augen des versammelten Wurzelfolges von seinem neuen Lande den Nusswiese Besitz nehmen sollte, was dann auch sogleich geschah. Wie es nun im Leben so oft zu geschehen pflegt, dass man liebe alte Bekannte über neuen Gästen vergisst und sogar verachtet, so ging es auch hierzu. Die Wandervögel, die früher mit der größten Aufmerksamkeit behandelt wurden, die eben noch bei der Verbindung beider Völkerschaften durch den schönsten Spektakel ihre Teilnahme gezeigt, mussten es im Laufe dieses Tages erleben, dass man ihnen den Rücken kehrte. Die neugierigen Wurzelmännchen drängten sie sogar von allen Seiten zurück und gaben ihnen nicht undeutlich zu verstehen, sie könnten nun fortfliegen und für immer weg bleiben. Empört über eine solche Behandlung erhoben sich sämtliche Vögel wie mit einem Flügelschlage, schwebten noch einmal mit mächtigem Gebrause über den Köpfen der beiden Völker und verschwanden dann raschen Fluges in der blauen Luft Oh Entsetzen, was ereignete sich da! Der Flügelschlag dieser Tausende hatte einen solchen Luftzug hervorgebracht, dass fast keiner der neun Ankömmlinge sich auf den Beinen erhalten konnte. Die Zinnsoldaten fielen reihenweise einer über den anderen zu Boden. Die papierenen Helden, Schauspieler und Jäger wurden weit über die Wiese hingeweht und selbst Fürsten Nussknacker, der eben seiner geliebten Braut mit anständiger Manier die Hand küssen wollte, stand auf so schwachen Füßen, dass er taumelte, umfiel, den Maulwurfshügel herunterrollte und mit offenem Munde am Fuße desselben liegen blieb. Ja, das war ein schlimmes Zeichen für die Macht des neuen Fürstentums. Die große Verehrung, die die Wurzelmänner noch eben vor den neuen Ankömmlingen gehabt hatten, verwandelte sich bei diesem Anblick bald in Verachtung. Nur der gute König und die schöne Prinzessin ließen sich in ihrer Bewunderung nicht irre machen. Sie sprangen eilig von ihrem Throne herab und halfen dem gefallenen Fürsten wieder auf die Beine. Nussknacker aber brach in bittere Schmähungen aus. Er nannte die Vögel, die ihn umgeworfen hatten, alberne, hochfliegende Narren, die sich über alles auf der Welt erhöben, die alle Ordnung und Regel über den Haufen wirfen. Sein Zorn wurde nicht eher besänftigt, als bis der künftige Schwiegervater versprach, dass auch er, um ähnliche Unfälle zu vermeiden, nichts Fliegendes, selbst keine fliegenden Blätter, in seinem Lande dulden wolle. Allmählich war alles wieder auf die Beine gekommen. Der übrige Teil des Tages verging unter Jubel und Lustbarkeiten und am folgenden Tage ward die Hochzeit des Fürsten Nussknacker mit seiner schönen Braut auf das allerglänzendste gefeiert. Darauf nahmen beide Völker voneinander freundlichst Abschied. Die Wurzelmänner kehrten in ihr Tal zurück, das Puppenvolk blieb auf seiner Nusswiese. Ganze acht Tage bedurfte Fürsten Nussknacker, um seinen Staat einzurichten, die Städte, Festungen und Dörfer an geeigneten Stellen aufzubauen und seinen Untertan ihren Platz und ihre Tätigkeit anzuweisen. Alles das wurde mithilfe des lustigen Ministers Hampelmann, der die Seele des Ganzen war, vortrefflich ausgeführt. Es schien auch, als wollte der Himmel selbst das neue Fürstentum begünstigen, denn bisher hatte sich kein Wölkchen am Himmel gezeigt, kein Windstoß einer Abteilung Soldaten umgeworfen, kein Regen die schönen bunten Wasserfarben des Schlosses abgespült oder die fürstlichen Zierden des großen Theaters aufgeweicht. So lebte die junge Fürstin einige Tage mit ihrem Gemahl herrlich und in Freuden. Sie hatte bereits ihre alten Kleider aus Blumenblättern und Spinnweben abgelegt und trug sich wie die eleganteste Staatspuppe nach der neuesten Pariser Modezeitung. Ihre munteren natürlichen Bewegungen gewöhnte sie sich ab und nahm die steife Haltung ihres Mannes und ihrer Hofdame an, die es für unanständig hielten, den Kopf nur etwas auf die Seite zu drehen. Das Gehen verlernte sie ganz, dagegen fuhr sie häufig auf Bälle, Konzerte und Paraden, auf Maikäferhetzen und Fliegenjagden. Ihr liebstes Vergnügen war und blieb der Putz. Alle Tage wechselte sie ihren Anzug und vor ihren Fenstern waren sämtliche Modebuden aufgestellt, sodass sie gleich beim Aufstehen die ersten Blicke dahin werfen konnte. Aber auch ihr Gemahl und seine Untertan wurden immer übermütiger. Sie verachteten alles, was nicht Puppe und nicht so schön angestrichen und lackiert war, wie sie. Jedes geflügelte Tier, das in ihre Nähe kam, wurde mit der härtesten Grausamkeit verfolgt. Auch die Wurzelmänner, die von Zeit zu Zeit zum Vergnügen herüberkam, wurden immer kälter empfangen. Bald blieben sie ganz weg. Selbst der gute König musste es erleben, wie sein Schwiegersohn und seine eigene Tochter ihn mit der Zeit lieblos behandelten. Da verwandelte sich natürlich die frühere Freundschaft der beiden Völker schnell in bitteren Hass. Noch waren nicht vier Wochen vergangen, so trieb Fürst Nussknacker seinen Übermut so weit, dass er von den Wurzelmännern einen monatlichen Tribut von 2000 Stück ausgesuchte Haselnüsse forderte, dabei an der Grenze seine Truppen zusammenzog und alle Festungen in einer Linie gegen das Wurzelreich aufstellen ließ. Im Falle der Weigerung wollte er mit Heeresmacht in das Land seines Schwiegervaters einfallen. Eine solche Verletzung allen Rechtes musste das weiche Gemüt des guten Königs aufs Bitterste empören. Einen ganzen Tag lang weinte er die hellen Tränen in seinen bemussten Bad hinein und dann sagte er sich öffentlich von der undankbaren Tochter los 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 und beschloss sie nie mehr vor Augen zu sehen. Endlich zog er sich selbst von allen Regierungsgeschäften zurück. Er fühlte wohl, dass er für ein so schwieriges Geschäft zu weichmütig sei. Die Nachricht davon gelangte bald zu seiner Tochter. Jetzt ging ihr die Augen auf, wie unwürdig sie ihre Hand verschenkt, wie tief sie durch Eitelkeit alle Pflichten gegen ihren Vater und gegen die verletzt hatte, die er früher lieb und wert gewesen. Leider war es zu spät. Sie versuchte alles, ihren Mann von seinen unbilligen Forderungen abzubringen. Er blieb bei seinem Vorsatz. Da sie aber mit Bitten nicht nachließ, richtete er endlich seinen Zorn auch gegen sie, schloss sie in ihr Zimmer ein und wollte nichts weiter von ihr hören. Statt Lust und Heiterkeit waren nun Schmerz und Reue ihre ständigen Begleiter. Indes war im Wurzelreiche ein junger, kräftiger König gewählt worden. Er teilte den Ingrimm seines Volkes gegen die frechen Eindringlinge und erklärte ihnen kurzweg den Krieg. Er beschloss, sie in einem furchtbaren Kampf zu vertreiben oder zu vernichten und daher berief er von allen Seiten Bundesgenossen. Kaninchen und Maulwürfe, Eidechsen und Regenwürmer sollten unter der Erde in das Land Nussknackers einbrechen und Städte und Dörfer umstürzen. Heuschrecken, Bienen und Käfer sollten aus der Luft über die Feinde herfallen. Auf der Erde wollten die Wurzelmänner selbst mit spitzen Dinsenlanzen und scharfen zweischneidigen Grassschwertern die Feinde angreifen. Der Morgen des verhängnisvollen Kampfes brach düster an. Der Himmel hing voll schwarzer Wolken. In ihren grünen und braunen Moosrücken rückten die Wurzelmänner gegen die Nusswiese an, so dass der Feind sie nicht eher erkannte, als bis sie dicht unter seinen Festungen waren. Nun erhob sich ein Bombardieren und Feuern aus allen Schießscharten derselben, aber die Kugeln blieben in dem Mose der Angreifenden hängen, und mit lautem Gelächter erwiderten sie das furchtbare Schießen. Schnell drang das Wurzelherr auf der Nusswiese vor. Prinz Nussknacker warf sich ihn mit seiner Leibgarde entgegen, wurde aber zurückgeschlagen. Er floh in den Palast und machte Hampelmann zu seinem Feldmarschall. Mit verzweifelten Sprüngen führte diese auch die Hauptarmee ins Feld. Da überfiel ein allgemeiner Schrecken das Land. Schon hatten die unterirdischen Hilfstruppen der Feinde den Boden, wo das Puppenheer marschierte und zugleich Festungen, Städte und Dörfer der Nusswiese unterhüllt und zu derselben Stunde stürzten fast sämtliche Gebäude des Landes mit lautem Krachen über und untereinander zusammen. Auch den Feldmarschall Hampelmann packte ein alter, grämiger Maulwurf bei einem Bein und zog ihn trotz seines Hampelns in die Erde hinab. Nie hat man ihn wiedergesehen. Das war das Zeichen zu einer allgemeinen wilden Flucht für das ganze glänzende Heer des Nussknackers und mit dem Geschrei »Ritte sich, wer kann« stürzten die Fliehenden dem fürstlichen Palaste zu. Der aber war aus festen hölzernen Prachtstuben erbaut und trotzte noch am längsten den wühlenden Tieren. Hier hatte Nussknacker bereits seine Staatskutsche anspannen lassen. Mit seiner Gemahlin warf er schnell in diese hinein und rief dem Kutscher zu »Fort aus diesem Tal, so rasch es geht, so weit als möglich!« Da drängte sich sein Volk in wildem Getümmel um die Kutsche herum, einen Halt daran zu finden, denn überall sausten aus der Luft Insekten herunter und warfen mit ihren Flügeln zu Boden, was nicht auf sehr festen Füßen stand. So wälzte sich das fliehende Volk wie ein großer Knäuel über die Wiese dahin. Obgleich hart von seinen Feinden bedrängt und mit Verlust vieler Toten, gelang es ihm doch unter den großen Hecken, die das Tal umgaben, hindurch zu schlüpfen und in den Wald zu entkommen. Da sollte das Elend der Übermütigen sein Gipfel erreichen. Selbst der Himmel brach gegen sie los, dichter Regen strömte auf sie herab. Mit Trauer sahen Nussknacker und seine Gemahlin aus ihrer Staatskutsche wie die Gießbecher auf dem Wege anschwollen, wie ihre Untertanen Häuser und Geräte im wilden Strudel an ihn vorbeigetrieben wurden, wie von den ihrigen einer nach dem anderen den Mühseligkeiten des Marsches erlag, in Abgründe stürzte oder sich in Wurzeln, Brennnesseln und Laubabfall verwickelte und elendiglich umkam. Bald war Nussknackers ganzes Volk zugrunde gegangen. Auch er fuhr nur noch wenige Schritte. Der Regen löste die geleimten Fugen der Kutsche auf und das fürstliche Paar ward von der Wasserflut ergriffen. Erst jetzt erwachte wieder, durch die Not geweckt, der frühere kräftige Naturgeist der Prinzessin. Wie war sie sonst bei solchem Wetter jauchzend umhergesprungen und den Wellen entgegengeschwommen? Mit der einen Hand fasste sie nur noch eben den Zopf ihres Mannes mit der anderen einen Zweig. Schnell wollte sie sich mit ihm auf eine höhere Baumwurzel emporschwingen, aber ach, selbst das Haar des geängstigten Fürsten war nicht mehr stark genug. Den Zopf behielt sie in der Hand. Ihren Mann sah sie von den Strudeln fortgetrieben und bald war ihren Blicken entschwunden. Erst rief sie ihm klagend nach, aber dann regte sich ihr ursprüngliches Wesen umso kühner. Sie zerriss die läppischen modischen Kleider, die vom Regen durchnässt ihre schlanken kleinen Glieder beengten. Rasch wickelte sie sich in die ersten besten Blätter und kletterte schnell wie ein Eichkätzchen einen alten Baum hinauf, in dessen Astloch sie Schutz suchte gegen das Unwetter und die einbrechende Nacht. Zu derselben Zeit, als sich all diese wunderbaren Dinge ereigneten, lebte am Ausgange des eben beschriebenen Waldes ein alter Vogelsteller mit seiner Familie. Seit den zwei Jahren, dass er sich hier angesiedelt hatte, war es ihm mit seinem Geschäft vortrefflich gegangen und besonders im Frühling und Herbst waren so viele Vögel in seine Netze geflogen, dass er damit manchen Taler Geldes verdient und manchen Sparpfennig zurückgelegt hatte. Nun war einmal an einem Frühlingstage ein sehr heftiger Regen gefallen, und seltsamerweise ließ sich seit jenem Tage kein Vogel mehr bei ihm sehen. Seine Netze fand er des Morgens immer zerrissen, seine Leimruten verdorben verdorben und selbst sein Uhu und die übrigen Lockvögel waren seit einiger Zeit aus ihren Käfigen und von ihren Stangen verschwunden. Und doch wohnte, wie er wohl wusste, kein Mensch im ganzen Walde, der das hätte tun können. Einstmals hatte er seine Kinder mit der Holzkarre Tiefe in den Wald geschickt, um Reisig zu suchen. Es ward Abend, sie kamen und kamen nicht wieder. Schon fing es an dunkel zu werden, und weil sie noch immer nicht da waren, überfiel ihn große Angst, und er beschloss sie zu suchen. Er setzte eben den Fuß vor die Türe, da hörte er aus dem Walde ein Jauchzen und Lärm. Gott Lob, es waren seine lieben, lieben Kinder, die die Holzkarre hoch bepackt herangezogen und vor sich herschoben. Ihr Tausend Zappermeter, wo bleibt ihr denn? fuhr sie halb ärgerlich, halb erfreut an. Sie aber lachten, und indem sie das grüne Reisig, womit sie die Karre oben bepackt hatten, hinwegnahm, riefen sie ganz rot im Gesicht vor lauter Vergnügen, schau einmal, Vater, was wir haben! Und siehe da! Der ganze Wagen war mit zerbrochenem, verbogenem und zernagtem Spielwerk von unten bis oben angefüllt. Und nun ging das Erzählen der Kinder an. Der Sinn ihres Durcheinanderschreins war der, nachdem sie sich verirrt, seien sie in ein schmales, ebenes Tal gekommen, das sich wie ein Fußweg in den Wald verloren. Es sei dort noch ganz schlammig vom letzten Regen gewesen. Da hätten sie denn alle diese Herrlichkeiten in buntem Gemisch durcheinander liegend gefunden und wäre nicht die Sonne hinter die Tannen gegangen, so würden sie den Weg noch weiter verfolgt haben. Der habe gar nicht aufgehört, sondern sei tief in dem Dickicht verschwunden und soweit sie hätten sehen können, wäre fort und fort mit solchen Schätzen besät gewesen. Dem Vater kam die Sache seltsam vor. Er beschloss am anderen Tage den bezeichneten Pfad zu verfolgen, denn so hoffte er demjenigen auf die Spur zu kommen, dem die Vögel verscheucht und die Netze zerrissen hatte. Als der nächste Morgen durch den stillen Wald dämmerte, zog die ganze Vogelsteller Familie mit der Holzkarre dem Tale zu. Und richtig, da fand sich alles, wie es die Kinder erzählt hatten. Siehst du, Vater, da ist wieder so ein prächtiger Keil von Holz, rief das jüngste Kind und scharrte einen garstigen Nussknacker, von dem alle Farbe abgespült und dessen Fußgestell abgelöst war, aus dem Schlamme hervor. Oh, was der Kerl für ein Gesicht hat und was für ein Maul und was für hervorstehende Augen, riefen die Kinder durcheinander. Dummes Zeug, die Fratze da, rief der Alte, der noch immer ärgerlich war, nahm ihn den Nussknacker weg und warf ihn zur Seite, eine ganze Strecke in den Wald hinein. Da zeigte sich seinen Blicken ein wunderliches Schauspiel. Aus seinem Kranich nässte hoch auf einem alten Eichenbaum erhob sich ein kleines weibliches Wesen von menschlicher Gestalt, ganz in weiße Spinnenweben eingewickelt. Wie ein Eichkätzchen kletterte es den Baum herunter, lief eilig nach der Stelle, wo der zerbrochene Nussknacker lag, grub ihm mit beiden Händen ein Grab, legte ihn hinein, wobei zwei Kraniche ihm behilflich waren, und scharrte Erde darüber, worauf es eilig wieder auf den Baum und in das Nest zurückkletterte. Der Vogelsteller und seine Familie standen mit offenem Munde da. Sie wollten das kleine Wesen nicht verscheuchen, auch machte der neue Anblick sie unentschlossen, etwas dabei zu tun. Also du bist am Ende die kleine Hexe, die mir mein Brot wegnimmt, platzte endlich der Vogelsteller seinen so lange verhaltenen Ärger heraus. Wart nur, mein hübsches Vögelchen, morgen kommen wir wieder her mit Beil und Netzen, da wollen wir schon deinen Baum umhacken und dich einfangen. Fürs Erste aber wollen wir einmal sehen, wo denn dieser Weg hin führt und ob da nicht mehrere deines Gelichters sind. Er hatte seine Rede noch nicht beendet, als er sehen musste, wie das kleine Weibchen ängstlich mit ihren weißen Schleiern aus dem Nest heraus winkte. Da kamen sogleich die Kraniche herbeigeflogen, fassten das Nest mit den Schnäbeln, hoben es aus den Zweigen und trugen es durch die Luft, in schnellem Fluge davon. Wer konnte das Weibchen wohl anders sein, als unsere Wurzelprinzessin? Furcht vor ihrem Vater und ihrem Volk hatte sie abgehalten, in ihr Tal zurückzukehren. Dazu war die Reue über ihre Hoffart, mit der sie die sonst so befreundeten Vögel behandelt hatte, so mächtig in ihr geworden, dass sie beschloss, an diesen freundlichen Tieren das wieder gut zu machen, was sie früher an ihnen verschuldet hatte. Seit dem Unglückstage, der ihren Mann und dessen Volk vernichtet, hatte sie daher auf diesem Baum ihren Wohnsitz aufgeschlagen und sich mit liebender Sorgfalt aller jungen Vögel angenommen, deren Eltern gestorben waren. Eben sie war es auch gewesen, die trotz ihrer Furcht vor den Menschen die Netze des Vogelstellers alle Nächte zerriss und die Vögel warnte, in seine Nähe zu kommen. In diesem Augenblick aber sah sie die Gefahr, die ihrem ganzen Volke drohte, wenn diese eigennützigen Menschen das Wurzelreich entdeckten. Da mussten alle anderen Rücksichten schweigen. Ohne Aufenthalt ließ sie sich von den Kranichen geradewegs in ihr Tal tragen, mochte daraus entstehen, was da wolle. Auf der Nusswiese, die noch jüngst der Schauplatz ihres falschen Glanzes und ihrer Torheiten gewesen, war gerade an demselben Tage das Volk der Wurzelmänner versammelt. Auch sie hatten die Prinzessin trotz ihrer Torheiten noch nicht aufgegeben und wollten eben auf die Bitten ihres Vaters beraten, was man tun solle, um die Entführte aufzusuchen. Da senkten sich die Kraniche mit dem Neste herab. Bald fiel die reue Tochter ihrem hoch erfreuten Vater um den Hals und das ganze Volk hatte Mitleid mit ihr und vergab ihr aus Herzensgrunde. In der Freude über ihr Wiedersehen wollte sich nun alles der unbefangsten Lust überlassen, aber die Prinzessin wies jede Heiterkeit zurück. Sie verkündete den ihrigen die Gefahr, die ihnen drohe, von den Menschen entdeckt zu werden. Angst und Schrecken überfiel das Wurzelfolk bei dieser Nachricht. Nun war seines Bleibens in diesem Walde nicht länger. Man beschloss auf der Stelle das Tal zu verlassen und durch unterirdische Höhlen in ferne Gegenden auszuwandern. Der Zug setzte sich auch sogleich in Bewegung. Zu gleicher Zeit erschien aber auch schon auf der Höhe der Felsen hinter den dichten Hecken der Vogelsteller mit seiner Familie. Waren diese Leute erst erstaunt gewesen? Um wie viel mehr waren sie es jetzt, als sie die sämtlichen Wurzelmännchen in den Felsen verschwinden sahen? Ganz erbost darüber, dass er nicht hinzukommen konnte, griff der Vogelsteller in die Hecken und versuchte auf jede Weise sie zu durchbrechen. Es half ihm aber alles nichts. Er brachte nur zerrissene Hände davon. Ei, du Himmel, rief er aus, hätte ich nur meinen Beilie und meine Netze, die Knirpse da einzufangen. Der reichste Mann von der Welt könnte ich werden, wenn ich die in der Stadt verkaufte oder für Geld sehen ließe. Darauf nahm er schnell eine Vogelpfeife hervor und fing an zu blasen und lockweisen zu singen. Er dachte, die Kleinen dadurch wie Vögel herbeilocken zu können. Auch das war umsonst. Das ganze Völkchen zog vor seinen Augen in den Fels. Die letzten kleinen Kerle lachten ihn obendrein noch aus, schnitten ihm spöttische Gesichter und machten ihm lange Nasen. Und wie der allerletzte Zwerg in seinem Berge verschwunden schloss sich dessen Öffnung. Kein Mensch hat die Wurzelmännchen seitdem gesehen. Prinz Goldfisch und das Fischermädchen Es war einmal ein junger Königssohn, der war schön von Gestalt und von Herzen gut. Jeder Mann freute sich, wenn er ihn nur sah. Ja, es hatte sogar eine stolze Wasserfee, die in dem nahen Wald, ihr Wesen trieb, ihn sehr lieb gewonnen. Und sie wünschte nichts sehnlicher, als dass er sie zur Frau nähme. Wenn der junge Königssohn durch den Forst auf die Jagd tritt, trat sie ihm in den Weg und redete ihn freundlich an. Er aber konnte ein für allemal die Fee nicht leiden. Daher drehte er dann auch dieser jedes Mal den Rücken, sobald er sie nur von ferner blickte. Weil nun die Fee im Guten die Zuneigung des Prinzen nicht gewinnen konnte, so versuchte sie mit ihren Wunderkünsten ihn dazu zu zwingen. Als er einmal auf der Jagd sich verirrt hatte, lockte sie ihn in ihr Zaubertal und wie er dort in einem einsamen See badete und beim Baden unter das Wasser tauchte, verwandelte sie ihn in einen Goldfisch und zog ihn hinab in ihr Reich. Sie schwor ihm nicht er die menschliche Gestalt wiederzugeben, als bis er ihr verspreche, dass er sich mit ihr vermählen wolle. Übrigens hatte sie ihm den Aufenthalt da unten so angenehm wie möglich gemacht. Er fand unter dem Wasser alles, wie er es nur zu Hause gehabt hatte. Schloss und Garten und Hofgesinde und auch waren die Goldschuppen, mit denen er bekleidet war, so köstlicher Art, wie kein anderes Metall noch kein Edelstein auf Erden, denn die Fee hatte darin ihre wertvollsten Zaubermittel verwendet. Doch was half das dem verwandelten Prinzen? Er war doch immer nur ein Fisch und ehe er die Zauberin zur Frau genommen hätte, wäre er lieber gestorben. Nun kam es bisweilen vor, dass die Fee in fernen Ländern wichtige Angelegenheiten zu besorgen hatte und dann auf einige Monate ihr Reich verlassen musste. In solcher Zeit war es, wo einmal an einem hellen Meintage Prinz Goldfisch an die Oberfläche des Sees heraufkam, um sich in der schönen Frühlingssonne seinen Kummer ein wenig zu verschwimmen. Wie er so still und traurig durchs Wasser zog, sah im Schilf am Ufer einen grauen Kranich stehen, der ihn mit scharfen Blicken beobachtete. Sollte der mich fressen wollen, dachte der Fisch und wollte zuerst schnell untertauchen. Dann sprach er, nein, der kommt mir gerade recht, denn ich bin meines Lebens überdrüssig. So schwamm er denn schnell zu dem Kranich hin und sprach zu ihm, du, friss mich. Der aber machte ein ganz freundliches Gesicht und sprach, Prinz Goldfisch, nur Mut, nur Mut, ich bin dein Freund und nicht dein Feind. Noch gibt es ein Mittel, das dich von deiner Fischgestalt erlösen kann, aber es ist schmerzhaft. Nenne es mir, rief der Fisch mit Hass, denn beim näheren Anblick des Kranichs fasste er Vertrauen zu ihm. Der Kranich erwiderte, merk auf, es wird eine kommen, die wird dir gefallen, du wirst ihr gut sein, sie wird dich steinigen, als Fisch wirst du sterben, als Prinz wirst du leben. Doch die Goldhaut, die Goldhaut, die nimm mit dir, gar mächtige Zauberkraft steckt in ihr. Wenn die Fee sie bekommt, wirst du es beklagen. Ade, nun ade, mehr darf ich nicht sagen. Und nach diesen Worten erhob sich der Kranich und verschwand in den Lüften. Prinz Goldfisch merkte nun wohl, dass ein guter Geist in dem Vogel stecke. Neue Lebenslust erfüllte ihn. Die dunklen Worte des Kranichs gaben ihm vielen Stoff zum Nachdenken und mit Sehnsucht sah er dem Tage entgegen, der ihm Befreiung bringen sollte. In dem selben Lande, wo dieses geschah, stand am Meeresstrande da, wo ein Bach aus dem Walde sich in den See ergoss, eine einsame Hütte. In der Hütte wohnte ein armer alte Fischer mit seiner Tochter und die hieß Elspeth. Sonst pflegte der Mann jede liebe Nacht, wenn Fischens Zeit war, auf den Fang in den See zu fahren, aber auch am Tage ging er wohl bisweilen mit der Angel in den Wald und holte sich da aus dem Bache die schönsten Forellen und Schmerlen. Mit den gefangenen Fischen pflegte er dann, von Zeit zu Zeit auf den Markt nach der Hauptstadt zu gehen, wo er einiges Geld dafür löste. Das war zwar sehr wenig, doch lebte er davon mit seinem lieben Kinde zufrieden und von Herzen froh. Jetzt war aber der arme Mann seit einiger Zeit erblindet und vermochte nichts zu verdienen. Da entschloss sich Elspeth, die nun schon Jahre alt war, des Vaters Geschäft zu betreiben, so viel es einem Mädchen in ihrem Alter eben möglich war. Sie war kräftig und flink, ob schon äußerst fein und zart, von schlanker Gestalt und lieblichem Antlitz. Eines Tages ging sie auch wieder mit Angel und Ness in den Wald, um im Bache zu fischen. Wohl zwei Stunden brachte sie dort an den gewohnten Stellen zu, doch kein Fisch wollte sich zeigen. Geht's nicht hier, so geht's woanders, dachte sie und zog tiefer in den Wald hinein. Aber auch da wollte nichts kommen. So zog sie weiter und weiter, bis sie zu einer Stelle kam, wo das Wasser zwischen seltsamen runden Wänden einen tiefen dunklen Weiher bildete. Ringsum standen schöne Blumen und farbige Büsche und es alles gab einen anmutigen Widerschein in dem dunklen Spiegel des Wassers. Es war Mittag, alles still in weiter Runde. Kein Lüftchen ging, kein Blättchen bewegte sich und alle Vögel in den Bäumen schienen zu schlafen. Nur einige blaue Libellen flatterten über dem Wasser hin und her und sogen hier und dort an den gelben Wasserlilien und den weißen Seetulpen. Nicht weit vom Ufer ragte ein weißer, plattgewaschener Stein aus der Flut heraus, gerade als wehrte einen bequemen Sitz eingerichtet. Mit leichten Sprüngen hüpfte Elsbeth über die Kiesel zu dem Stein hin setzte sich darauf, warf ihre Angel aus und sagte mit klarer Stimme ihren Lockspruch. Fischchen komm schnell, Sonne scheint hell, Mückchen im Sonnenschein wartet hier obendrein, Mückchen ist zart und frisch, holst dir, du schöner Fisch. Kaum war die Schnur im Wasser, so biss auch schon etwas an, und wie sie's heranzog, war's ein Goldfisch. Als Elsbeth ihn von der Angel losmachen wollte, sah sie, dass er sich nicht am Haken, sondern in die Schnur eingebissen hatte. Auch ließ er sich ohne Sträuben von ihr in die Hand nehmen. Er schaute sie mit seinen klaren, klugen Augen lange an. »Was siehst du mich denn so an, du hübscher Fisch?« sprach Elsbeth und freute sich über den Glanz seiner Schopen. »Ich bin dir gut,« antwortete ihr der Goldfisch, »und ich will dich glücklich machen.« Elsbeth erschrak und warf ihn ins Wasser zurück. Das Tier aber rief wieder von unten, »und wenn du mir nicht glaubst, so hebe das große Blatt der Seetulpe auf, das rechts von deinem Stein sich über das Wasser legt. Dort schau hinunter.« Mit diesen Worten schoss der Fisch in die Tiefe. Elsbeth wunderte sich ein wenig über dieses seltsame Abenteuer. Bald aber gefiel ihr die Sache und sie tat wie jene ihr geheißen. Als sie das gewaltige Blatt aufhob, sah sie wie durch einen Kristall tief auf den Grund des Sees. Ein klares Licht ergoss sich durch das Wasser. Da schaute sie Wunder über Wunder. In einem blühenden Garten stand ein Königsschloss und vor dem Schloss zwei Thronsessel von weißem Samt. Auf dem einen lag der Goldfisch, der andere stand leer. Auch sah sie Ritter und Fräulein durch die Hecken da unten ziehen und vor dem Goldfisch sich neigen. Von dem Stein auf dem Elsbeth saß, führte eine kristallene Treppe hinunter zu dem Schloss. Und auf jedem Absatz der Treppe standen Hagen, die sahen nach ihr hinauf, als warteten sie ihres Winkes. Das sah alles so schön aus, dass Elsbeth sich gar nicht satt daran sehen konnte. Nach einiger Zeit bemerkte sie, wie der Goldfisch sich von seinem Thronsessel erhob und an die Oberfläche des Wassers herauf geschwommen kam. Wieder sah sie so freundlich an und rief Elsbeth verlass deinen Vater und deine arme schlechte Hütte und komm zu mir herunter. Da sollst du auf dem Thronsessel den du gesehen hast neben mir sitzen und eine Prinzessin sein und ich will dir Freuden schaffen soviel das Jahr Tage zählt. Ei, du nichtsnutziges Tier, rief Elsbeth in höchstem Zorn, mein Vater soll dich verlassen? Da, nimm die Antwort auf deine dummen Reden! Und dabei ergriff sie den nächsten Kieselstein und warf ihn dem Fisch an den Kopf. Der Fisch und der Stein plumpsten ins Wasser, aber in demselben Augenblick erhob sich ein Wirbelwind und die Wellen des Sees spritzten mit weißem Schaum hoch in die Luft. Tief aus dem See herauf erscholl ein durchdringender Ton. Er ist wehmütig und klagend, als wollte er einem das Herz mitten in zwei schneiden. Dann aber klang es wieder wie das lustige Flöten und Schalmein, bis endlich auch diese Töne schwiegen. Die Wellen besänftigten sich und das Wasser war so still und dunkelgrün als zuvor. Nun sah Elsbeth auch den Goldfisch wieder aus dem Wasser tauchen. Er schwamm aber nicht wie vorhin, sondern lag auf der Seite und als sie näher hinschaute, warst nur die Haut des Tieres, weder Fleisch noch Gräten darin. Schnell griff sie mit der Hand danach und hatte eben die Fischhaut über das Wasser hervorgezogen, als das große Blatt der Seetulpe neben ihr sich erhob und ein weißer Menschenarm darunter herauffuhr, der ebenfalls nach der Schuppenhaut greifen wollte. Aber schon hatte das Mädchen diese in ihre Schürze verborgen und die weiße Hand zog sich wieder unter Elsbeth sprang nun schnell von ihrem Steine wieder ans Ufer und machte, dass sie so rasch wie möglich aus dem Walde kam. Es war jedoch an dem See recht unheimlich zumute geworden. Erst als sie den Wald hinter sich hatte, nahm sie die Schuppenhaut aus ihrer Schürze hervor. Wie war die schön! Wie funkelte sie im Lichte! Der Glanz schien wie lauter Abendgold Es war wundervoll zu sehen! Und doch war Elsbeth auch wieder recht von Herzen traurig, wenn sie daran dachte, dass sie aus bloßer Übereilung den armen Fisch tot geworfen hatte. Der hatte es vielleicht mit seinen dummen Reden gar nicht so böse gemeint. Das Mitleid trieb ihr sogar die Tränen in die Augen. Als sie nach Hause kam, wollte sie erst dem Vater alles erzählen, was ihr begegnet war. Jedes Mal aber, wenn sie davon anfangen wollte, war es ihr wieder, als wenn ihr eine Stimme zurief, Elsbeth, tu es nicht! So verschloss sie denn die Schuppenhaut heimlich in ihre Kiste. Sie hoffte dieselbe ihrer seltenen Schönheit wegen, in der Hauptstadt für ein paar Groschen verkaufen zu können und dem Vater eine unverhoffte Freude zu machen. Wenige Tage nachdem sich dies zugetragen hatte, war in den Städten und Dörfern des Landes großer Jubel. Herolde und Boten ritten auf allen Straßen umhe und verkündeten dem Volke, der junge Königssohn, der vor längerer Zeit auf der Jagd, man wusste nicht, wohin verschwunden war, ist in der Stadt wieder angekommen. Zugleich war es bekannt gemacht, dass es sich nun auch vermählen wolle, und zwar in der Art, wie das Gesetz des Landes es vorschrieb. Nach einem alten Brauche mussten dann nämlich die schönsten und reichsten Mädchen des Königsreichs alle nach der Stadt kommen. Ein Schiedsgericht musste bestimmen, welche von diesen die allerschönste und zugleich die allerreichste sei, und mit dieser feierte dann der Prinz nach drei Tagen seine Hochzeit. Da gab es nun überall, wo die Boten hinkamen, einen großen Lärm. Jedes Mädchen, das nur irgendein niedlich Näschen oder ein paar pfiffige Augen im Kopf hatte und dabei hoffertig und eitel war, hielt sich für das Allerschönste. Aber selbst die Hässlichen dachten bei sich, kein Mensch sei ja vollkommen und außer einigen kleinen Schönheitsmängeln seien sie doch viel schöner als andere, die zwar regelmäßige, aber sehr langweilige Gesichter hätten. Und dachten das nicht die Töchter, so dachten es doch manche ihrer Mütter. Was aber den Reichtum betraf, so verkauften die Herren Väter so schnell es nur ging ihre Häuser und Gärten, Wald und Feld, um nur reiche Kleider und Karossen und Dienerschaft für ihre Töchter anzuschaffen. Denn natürlich musste jede in dem Schmuck, den sie bei diesem Feste trug, ihren Reichtum bekunden. Der letzte Tag des Monats war als der Termin bestimmt worden, wo in der Hauptstadt die große Festlichkeit stattfinden sollte. Von all diesen Neuigkeiten war nun in der stillen Fischerhütte am Meer nicht das geringste bekannt geworden. Wie sollte auch zu der einsamen Gegend die Kunde davon dringen? Zudem hatte Elsbeth in den letzten 14 Tagen nur so viel Fische gefangen, wie sie und der Vater zu ihrem Unterhalt bedurften und daher nichts nach der Stadt gebracht. Das war aber sehr traurig, denn ihr bisschen Geld war fast zur Neige. Da fiel dem Mädchen die kostbare Goldfischhaut ein, die sie in ihrer Kiste hatte. Und das macht ihr wieder neue Hoffnung. Es war gerade der Abend vor dem letzten des Monats, als sie ihren Vater bat, er solle sie ein paar Tage nach der Stadt gehen lassen, um einige Einkäufe zu machen, denn dass es mit dem Gelde so schlecht stand, wollte sie dem armen Mann noch nicht sagen, um ihm nicht jetzt schon Kummer zu machen. Gern gab der Bett, wenn sie daran dachte, wie viel Freude sie mit dem Gelde machen könnte, das sie für die Schuppenhaut bekommen würde. Früh am anderen Morgen nahm sie ihr Körbchen, legte heimlich die Wunderhaut hinein, deckte ihr Tüchelchen darüber und begab sich auf den Weg zur Stadt. Lange war sie nur einsame Wege durch Sand und Dünen und Heide gegangen. Als sie aber auf die große Landstraße kam, war es mit der Stille und Einsamkeit vorüber. Glänzende Staatswagen mit Vorreitern und Bedienten hinten und vorn rasselten an ihr vorüber und in den Wagen saßen geputzte Jungfrauen mit Samt und Seide und Federn und Schmuck bedeckt, die reckten die Hälse in die Luft wie die Pfauen, wenn sie ein Rad schlagen. Wo sie hindurch fuhren und was sie für Der prächtigste Wagen aber kam zuletzt. Acht Schimmel so weiß wie Wellenschaum zogen ihnen vollem Galopp. Sie hatten mehrgrünes Geschirr und Schilfbüschel auf den Köpfen. Die Dame, die in der Kutsche saß, war ebenfalls weiß und mehrgrün gekleidet und sah zwar nicht schön, aber sehr stolz und wunderlich aus. Elspeth war ganz in Staunen versunken, wie sie den blinkenden Wagen schon von Weitem daherrollen sah. Sie merkte darüber gar nicht, dass ihr das Körbchen vom Arm rutschte und sein Inhalt auf den Weg fiel. In dem war der Wagen auch schon da und sogleich viel ein Sonnenstrahl auf die Schuppenhaut, sodass sie hell aufblitzte. Wie durch einen Zauberschlag standen die Rosse still. Und da rief die stolze Jungfrau aus dem Wagen mit laut klingender Stimme »Mein Eigentum am Boden dort! Mein Zauberklein Oth, die Schuppenhaut! Auf, Silberschwan, bring sie mir!« Und ein silberner Schwarm, welcher auf der Decke der Kutsche dagesessen hatte, als wäre nur von totem Metall, hob seine Flügel, schoss vom Wagen herunter, ergriff die Fischhaut mit seinem Schnabel und ließ sie seiner Gebieterin durch die Öffnung des Wagens auf den Schoß sinken. Dann schwang er sich wieder auf die Kutschendecke, wurde steif und starr wie vorhin und im Nu rollte der Wagen davon. Elisabeth wusste nicht, wie er geschah, Staunen, Schreck und Trauer über den verlorenen Schatz, auf dessen Verkauf sie all ihre Hoffnung gesetzt, alles das bewegte sie so, dass sie gar nicht wusste, was sie nun tun sollte. Sie setzte sich auf das Geländer der Brücke, legte den Kopf in die Hand und dann schlief sie endlich vor Müdigkeit ein. Als sie erwachte, war es schon spät am Abend und die Sonne am Untergehen. Sie rieb sich die Augen und sah, wie neben ihr auf dem selben Geländer ein klein winziges Männlein saß, grau und runzlig, aber freundlich und manierlich. Das Männlein ließ sich bald mit ihr in ein Gespräch ein, erzählte ihr allerlei von dem Feste in der Hauptstadt und fragte sie zuletzt, ob sie sich denn nicht auch dem Prinzen vorstellen wolle. Das kam dem armen Fischerkind doch gar zu komisch vor. Sie lachte laut auf und sprach im Scherz, warum denn nicht, hab ich doch ein Gesicht braun wie die Seeflunder und bin ich doch so reich wie die Kirchenmaus, führ mich nur hin. Das Männchen lächelte und strich sich mit schlauem Blick seinen langen weißen Bart. Dann erzählte es, es wäre ein studierter Doktor und könne Blinde sehend machen. Elsbeth dachte an ihren armen Vater und fragte hoch erfreut, was es kosten wolle, wenn das Männlein ihm sein Augenlicht wieder gäbe. »Au«, sprach jener und schüttelte den Kopf, »du sagst, du bist arm wie eine Kirchenmaus. Aber die Kirchenmaus hat kein so schwarzes Haar und so feine weiße Zähne wie du. Das kann ich beides gebrauchen. Gibst du mir deine drei vorderen Zähne und lässt dir von mir die Haare vom Kopf schieren, »So mache ich deinen Vater gesund.« Das Mädchen ging mit voller Freude auf den Handel ein. »Nun aber noch eins«, sprach das Männlein, »wir müssen jetzt nach der Stadt. Ich, um meine Salben und Kräuter zu holen, du, um dir das Haar abschneiden und die Zähne ausbrechen zu lassen. Denn nur dort kann das geschehen.« Und Elspeth war auch dazu bereit, hatte sie ja doch die Hoffnung, dass sie ihr blinder Vater sehen würde. Nun führte der Doktor sie auf einem Fußweg in den Wald, denn dort, sagte er, »Liege im Fluss ein Schifflein, und das könne sie schon in einer Stunde nach der Stadt bringen, während sie auf der Landstraße viel längere Zeit zu gehen hittet.« Erst war der Fußsteig bequem, dann aber zog er sich durch unwegsames Dickicht unter alten Bäumen hin, durch deren dunkle Wipfel fast kein Abendschimmer dringen konnte. Weiße Spinnweben zogen sich darin überall von Busch zu Busch und legten sich dem Mädchen, in dem sie durchschlüpfen wollte, um Hand und Gesicht, um ihr rotes Mieder und ihr blaues Röckchen. Elspeth wollte sich das garstige Gespinst abstreifen, aber das Männlein sprach, »Lass sein, lass sein!« »Keine Seide so fein, kein Schleier so schön, wirst sehen, wirst sehen!« Da ließ sich das Mädchen dann ruhig von den Geweben umspinnen. Darauf fiel ein kühler Abenteuer in großen Tropfen von den Blättern der Bäume. Die hing sich an ihren Nacken und an den Hals und die Kleider. Elspeth wollte sie abschütteln, aber das Männlein rief, »Lass sein, lass sein! Kein Perlenschein, kein Edelstein, er glänzt so fein!« Und das Mädchen ließ die Tropfen ruhig hängen. Darauf kam sie an ein kleines Wässerlein, das spülte dem Mädchen über die nackten Füße. Sie wollte das Wasser abschütteln, aber das Männlein rief, »Lass in Ruhe, lass in Ruhe, die silbernen Schuhe!« Und wirklich glänzte das Wasser an ihren Füßen, als hätte sie Schuhe und Strümpfchen aus Silbertaffee an. Endlich gelangten sie zu dem Fluss, auf dem eine Gondel lag. Am Ufer war das Wasser glatt und still, und zwischen kleinen Wasserblümchen flimmerten darin so hell die Sterne. Es sah aus, als wenn sie nicht der Widerschein des Himmels, sondern als wiegten und schaukelten sie sich wirklich in der Flut. Von dem weiten Wege und dem lauen Sommerabende glühten Elsbeth recht ihre Backen. Sie klagte es dem Männlein, das riet ihr, den Kopf dreimal ins Wasser zu tauchen. Das würde ihr Labung bringen. Und wie sie es tat und den Kopf zum dritten Male heraufzog, war es ihr, als wären die kleinen Wasserblümchen ihr im Haare hängen geblieben und als leuchte ein heller Schein um den Kopf. Wieder fuhr sie mit der Hand dahin, um das, was da war, abzustreifen. Aber das Männlein rief, »Halt ein, halt ein! Schau nur hinein! Schau ins Wasser drein! Jetzt bist du fein!« Und wie Elsbeth in den Wasserspiegel hinunterschaute, sah sie sich selber, aber geziert mit einem Schmucke, wie kein Gold ihn erkaufen kann. Die feinsten weißen Schleier, bestreut mit strahlenden Perlen und Edelsteinen, umwandten ihren schlanken Leib und ein Kranz von funkelnden Sternen, die zwischen zarten Wasseranunkelchen ihre Strahlen hervorbrechen ließen, umgab ihr schönes, dunkles Haar. Und um den Schmuck zu vollenden, kamen noch ein paar Leuchtkäferchen angeflogen, setzten sich an ihre beiden Ohrläppchen und blieben daran hängen, als wären es kostbare Ohrbuckeln. Mit stillem Lächeln betrachtete Elsbeth ihr Spiegelbild im Wasser. »Oh, wie sehe ich hübsch aus!« rief sie in kindlicher Freude. »Hätte ich doch nie gedacht, dass ich so aussehen könnte!« Doch das Männlein trieb sie zur Eile. Nicht leicht war es dem Mädchen, sich von dem Bilde im Wasser zu trennen. Dennoch folgte sie seinem Rufe und bestieg mit ihm die Gondel. Diese trieb den Fluss entlang. Und als sie beide nun so still dahin fuhren und Elsbeth immer und immer wieder in der Flut neben sich ihr Spiegelbild flimmern sah, und als ihr dabei der Gedanke kam, dass all der Schmuck, der sie zierte, doch nur für den Augenblick sei, und dass sie obendrein ihr schwarzes Haar und ihre blanken Zähne hergeben sollte, da fing es denn doch an, ihr schwer aufs Herz zu drücken. Denn auch Schönheit ist ein Gut, das wohl keiner, der es hat, gern verlieren mag. Das Männlein sah, wie dem Mädchen ganz leise ein Tränlein über die Wangen rollte. »Elspeth«, sprach er, »noch ist es Zeit. Wenn du willst, kehren wir um, und ich bring dich wieder zu deiner Hütte. Dann behältst du dein Haar und deine Zähne und all den Schmuck, den du jetzt an dir hast. Aber dein Vater bleibt dann freilich blind.« »Nein«, rief Elspeth, »nimm mir alles, nimm mir mein Leben, nur mach ihn mir meinen Vater wieder gesund.« Schon hob sie wieder die Hand, um den seltenen Putz von sich zu streifen. Aber der Kleine ließ es nicht zu, und nur mit Mühe gelang es ihm, sie zu beruhigen. Indes waren sie auf dem Fluss bis in die Hauptstadt und in die königlichen Gärten hineingekommen, wo eben mit großer Festlichkeit die Hochzeitswahl einer Prinzessin gefeiert wurde. Hoch über ihren Köpfen sah Elspeth den Widerschein der Fackeln und Feuerbecken. Sie hörte Klänge einer rauschenden Musik und das Gesumme einer großen Volksmenge. Aber die hohen Mauern, zwischen denen der Fluss hindurchführte, ließen sie nichts von dem Feste selbst wahrnehmen. Endlich landeten sie an einem Hügel. Sie traten aus der Gondel und bestiegen den Gipfel des Hügels, der von einer dichten Lorbeerhecke umgeben war. Dort oben bog das Männlein einen Lorbeerzweig zurück und sprach zu dem Mädchen, »Hier, schau hinunter!« Da sah Elspeth dicht vor ihren Füßen, ein Schauspiel der Pracht und Herrlichkeit, wie sie es nie zuvor geträumt hatte. Nun hört, was Elspeth da alles erblickte. Im Hintergrund ragte mit seinen Türmen und Zinnen und mit seinen hell erleuchteten Fenstern das königliche Schloss hoch in die Mondnacht hinein. Vor dem Schloss war eine lange, breite Terrasse. Darauf standen unter einem Thronhimmel zwei Lehnstühle von weißem Samt, gerade wie sie Elspeth im See des Zauberwaldes gesehen hatte. Einer dieser Stühle war leer. Aber auf dem anderen saß der junge, schöne Königssohn und hinter ihm der König, sein Vater und der ganze königliche Hofstaat. Diesen gegenüber stand eine ganze Reihe von wohl hundert rotseidenden Sesseln. Darauf saßen die Jungfrauen, die zur Wahl sich hergegeben hatten, mit allem Reichtum der Erde behangen und umwickelt und umflittert. Dann war auf der einen Seite ein himmelblaues Gerüst, auf dem die ersten Maler und Bankiers des Landes versammelt waren, damit sie als Richter der Schönheit und des Reichtums ihr Amt verwalteten. Ihnen aber gegenüber, auf einem orangefarbenen Gerüste, bliesen die Posaunenbläser, paukten die Trommler und strichen die Geiger ihre Instrumente, dass es eine Lust anzusehen und anzuhören war. Rechts und links von dieser Terrasse schossen herrliche Springbrunnen, roten und weißen Wein hoch in die Luft. Und um die Brunnen standen gedeckte Tafeln, die waren mit den köstlichsten Speisen besetzt. In einem großen Halbkreis auf der Wiese, die das Schloss umgab, lagerte das Volk unter Gehängen von farbigen Laternen, die an den Lorbeerbäumen befestigt waren. Den ganzen Nachmittag hatten nun schon die Richter beraten, welche von den angekommenen Jungfrauen es wert sei, die Frau des jungen Prinzen zu werden. Und da hat es wie gewöhnlich viel Streit gegeben. Die Maler verstanden nicht, den Reichtum zu beurteilen, die Bankiers hatten mitunter ganz verkehrte Ansichten von der Schönheit. Jetzt war aber die Stunde gekommen, wo sie die letzte Entscheidung aussprechen sollten. Noch einmal setzten sie daher ihre Brillen auf die Nasen und legten ihre Perspektive an die Augen, um noch die letzte Prüfung auch bei Lampenbeleuchtung anzustellen. Denn der Schicklichkeit wegen durften sie die Jungfrauen nicht zu nahe betrachten. Da blies plötzlich von der Zähne der Burg der Türmer. Dies war ein Zeichen, dass soeben noch eine Jungfrau als Mitbewerberin ankomme. Bald rollte eine Kutsche daher, die war ganz von Kristall und mit acht weißen Schimmeln bespannt. Und siehe da, die stolze Donner, die aus der Kutsche stieg, war dieselbe, die der Elsbeth auf der Landstraße ihre Goldhaut geraubt hatte. Mit kecken Schritten und einer Miene, der Mann ansah, sie wäre ihres Sieges gewiss, ging sie auf den Platz, welcher in der Reihe der Jungfrauen noch, wie es schien, für sie offen gelassen war. Sie hatte denselben Anzug an wie heute Mittag, Meergrün und Weiß, und doch erschien sie jetzt viel schöner. Denn ein Kranz von goldenen Schuppen, die wie Abendgold und Abendröte glänzten, warf über ihr Antlitz einen wunderbaren Schönheitszauber, so dass der Putz aller übrigen dagegen matt und wässrig erschien. Alle Blicke richteten sich auf die stolze Erscheinung, und kaum hatten die Richter sie wahrgenommen, als sie die Köpfe zusammensteckten und ihre Mienen plötzlich die größte Übereinstimmung verrieten. Nun stieg eine rote Fahne in die Luft, zum Zeichen, dass diejenige als künftige Königin begrüßt werden sollte, die man dazu für würdig befunden. Eine Deputation der Richter erhob sich, Trabanten und Herolde schlossen sich an, und ihnen folgte ein Page, der eine kleine goldene Krone auf einem Kissen vor sich trug. Der Zug bewegte sich geradewegs zu derjenigen hin, die zuletzt angekommen. Triumphierend erhob sich die übermütige Jungfrau von ihrem Sitze. Ihre Blicke schienen alles um sich her, wie der Hagel die Wesenblumen, niederzuschmettern. Und schon begann der Präsident des Gerichtes, der Schönheit und des Reichtums, eine zierliche Anrede in Versen, worin er die hohen Eigenschaften der Welten pries. Der Page kniete nieder und hielt die Krone empor. Gierig streckte die Jungfrau die Hände danach aus. Da erbrauste auf einmal ein ungeheurer Wirbelwind mit solcher Gewalt, dass die Krone vom Kissen geweht wurde und alle Lampen und Fackeln ringsumher erloschen. Nur die erleuchteten Fenster des Schlosses ergossen noch einen matten Schimmer über den Platz. Sogleich aber legte sich auch der Wirbelwind und alles war still wie zuvor. Auch der Lorbeerbusch, der Elsbeth bisher verdeckt hatte, war vom Stürme niedergerissen. Allen sichtbar stand nun das Fischermädchen da, in ihrem leuchtenden Sternenkranz, umweht von den Schleiern, in denen die Tauperlen als Edelsteine funkelten. Und in dem Glanze dieser reinen Lichter erschien ihr unschuldiges Angesicht, wunderbar verklärt. Das Krachen des umstürzenden Baumes hatte die Blicke der Menge nach dem Hügel hingelenkt. Ein lautes Ach der Verwunderung unterbrach die Stille. Darauf rief alles, Volk und Richter wie aus einem Munde, »Seht, seht, da steht die schönste und reichste Jungfrau der Welt, da steht unsere zukünftige Königin, sie lebe hoch!« Und es schmetterten die Trompeten, Kanonen wurden gelöst, Raketen flogen durch die Luft, und der Jubel des Volkes wollte kein Ende nehmen. Wie aber der junge Königssohn in hohen Freuden von seinem Thron sich erhob, um die ihm erwählte Braut zu begrüßen, und als er vorbeischritt an der Jungfrau, deren Stolz soeben gedemütigt worden, da riss diese den goldenen Schuppenkranz aus ihrem Haar, warf ihn dem Prinzen vor die Füße und sprach, »Nimm hin dein Eigentum! Fühl's, mein Reich und mein Leben geht zu Ende! Mein Stolz ist besiegt! Denn der Geist, der jenes Kind dir zuführte, ist mächtiger als ich!« Sie winkte. Die Kristallkutsche rollte vor, die Wasserfee bestieg sie, und versank mit ihr in den Boden. An der Stelle, wo sie versunken war, rauschte alsbald ein Brunnen mit unheimlichem Gemurmel durch das Gras. Und wie die Fee es gesagt hatte, so war es auch. Ein mächtiger Zauberer hatte schon lange unsichtbar die Geschicke des Königssohnes gelenkt. Er war auch der graue Kranich und das graue Männlein gewesen und führte dem Prinzen eine Brau zu, die allein seiner würdig war. Zwar war der Wunderschmuck, den er ihr durch seine Waldgeister beschert hatte, von seltener Pracht, aber ihr größter Reichtum war die Unschuld und die Treue ihres Herzens. Und diese Unschuld und diese Treue verliehen ihrem Angesicht eine Schönheit, die keine der anderen Jungfrauen aufzuweisen hatte und die ihr alle Gemüter gewann. Mit der Einwilligung ihres Vaters, dem das graue Männlein alsbald sein Augenlicht wiedergab, ward Elspeth die glückliche Frau des jungen Königssohns. Und als dieser nach dem Tode seines Vaters König wurde, regerten beide unter dem Schutze des guten Zaubergeistes, der sie auch ferner durch Rat und Tat unterstützte. Und sie regierten ihr Land mit solcher Weisheit, dass ihr Volk sie segnete für alle Zeiten. Die Schilfinsel Es war an einem schwülen Sommertage zur Mittagszeit, da fuhr ein alter Fischer mit seiner zwölfjährigen Tochter Hella über den See, der sich vor dem Fischerdorfe zwischen Wäldern und Buchten weit ins Land hineinzog. Das Mädchen ruderte und der Alte warf seine Netze aus. So weit wie heute war der Vater noch nie mit dem Kinde hinausgefahren. Die Sonne brannte glühend heiß, die Luft war still und der See spiegelglatt. Die Hitze und die schwere Arbeit ermüdeten den alten Mann. Allmählich fielen ihm die Augen zu, sein Kopf nickte bald rechts, bald links auf die Schultern hin, und zuletzt lehnte er sich an den Bord des Karnes und schlief sanft und ruhig ein. Hella wollte den Vater nicht stören. Sie zog daher die Ruder ein und ließ das Fahrzeug auf dem glatten Wasser forttreiben. Nach und nach wurde ihr die Gegend ringsum immer fremdartiger. Und endlich erblickte sie zur Seite in einiger Entfernung eine kleine Insel, die war dicht mit Schilf und Rohr und hohen Blumen bewachsen. Aber das alles sah so wunderbar aus, wie sie es nie zuvor gesehen hatte. Fremde, schöne Vögel wiegten sich still auf den schlanken Halm. Prächtige Schmetterlinge, blau, rot und goldig, flatterten um die Blüten herum, und ein leichter Wind wehte einen köstlichen Duft von den selten gestalteten Pflanzen herüber. Jetzt hörte sie auch, wie aus dem Schilfe feine, leise Töne herüberschalten, als ob Kinder dort auf kleinen Rohrpfeifen bliesen. Das klang so lieblich in der stillen Luft. »Oh, wie muss es da drinnen unter dem kühlen Schatten herrlich sein«, dachte Hella. »Und wir mögen nur die Leute sein, die da auf den Pfeifen blasen. Vielleicht sind es Fischerkinder so wie ich, es wäre doch lustig, sie kennenzulernen.« Gar gerne wäre das Mädchen hingefahren, doch sie wagte es nicht, den Vater zu wecken, und ohne seinen Willen wollte sie es nicht tun. Aber die Töne wurden immer voller und lockender. Hella konnte sich nicht satt daran hören. Nur das Schnarchen des Vaters störte sie. Freilich war es ein Zeichen, wie fest er schlief. Der Wunsch, nur noch etwas näher an die Insel heranzurudern, wurde immer mächtiger in dem Kinder. »Ich tue es«, sprach sie endlich für sich. »Der Vater schlief so fest, er wird ja nicht davon aufwachen.« So sacht wie möglich, schob sie die Ruder wieder ins Wasser hinaus, um zur Insel hinzufahren. Aber ehe sie sich's versah, glitt ihr das eine Ruder aus der Hand und fiel mit Gepolter in den Kahn. Der Alte wachte auf, verschlafen rieb er sich die Augen. Dann saß er sich um und horchte. »Um Himmelzwehen, das ist ja die böse Insel«, rief er plötzlich ganz bleich vor Schrecken. »Halt dir die Ohren zu, Ella, halt dir die Ohren zu, liebes Kind. Die Nixen, wenn die Nixen ihre Lieder zu singen anfangen, dann bist du verloren.« Dabei riss er ihr die Ruder aus der Hand. Das Mädchen erschrak, sie wusste nicht, was des Vaters Worte bedeuteten, doch tat sie, wie er befohlen. Mit aller möglichen Kraft wendete der Fischer rasch den Kahn um und ruderte so kräftig, dass das leichte Fahrzeug wie ein Pfeil über das Wasser dahinschoss. Bald waren sie auch wieder weit von der Insel weg und die Töne verhalten in der Ferne. Erst als nichts mehr davon zu hören war, erlaubte der Fischer seiner Tochter, die Hände von den Ohren zu tun. »Was war das denn für ein prächtiger Blumengarten, den wir da eben gesehen haben, Vater? Und wer hat darin so herrlich geblasen?« fragte Hella. »Ach, wie klang das doch so schön, so wunderschön!« Der Alte hatte im Rudern nachgelassen, um sich von den schweren Anstrengungen zu erholen. Nachdem er tief Atem geschöpft, sprach er, »Kind, Kind, denk nicht mehr an das, was du gesehen und gehört hast. Dank du Gott, dass wir der bösen Gefahr entkommen sind. Der Garten, den du geschaut hast, das war die böse Schelfinsel. Da sitzen am Tage die Nixenkinder darin und locken mit ihren Rohrflöten die Fischerkinder zu sich hin. Und dann singen sie nachher ihre Lieder vor. Und wenn die armen Menschenkinder die Lieder hören, wird es ihnen schwer, sie wieder zu vergessen.« »Wenn die Lieder aber hübsch sind, Vater, was ist denn so Schlimmes dabei?« fragte Hella. »Ach, wie dumm du da nur wieder fragst!« sprach der Alte. »Sehr Schlimmes ist dabei, sehr Schlimmes! Wer die nächsten Lieder nur einmal in seinem Leben gehört hat, der mag sie auch gern singen. Und wer sie singt und ist dann gerade auf dem See, der muss ins Wasser hinunter. Er mag wollen oder nicht.« Hella wollte noch mehr darüber fragen. Aber der Vater rief, »Denk nicht mehr daran! Ich befehle es dir! Denk nicht mehr daran!« »Und was ich dir allen für allemal sage, dass du dich nie unterstehst, nach der Insel zu fahren. Wenn du es tust, so bist du verloren auf Lebenszeit. Und dass du auch keinem Menschen sagst, dass wir im Nixenrevier gewesen sind und die Insel gesehen haben. Das bringt uns bei den Leuten in böses Gerede. Und jetzt kein Wort mehr darüber!« Hella schwieg. Sie kannte ihren Vater. Er war ein heftiger Mann und sprach nicht gern mehr, als notwendig musste. Aber immer und immer wieder kamen mir die hübschen Melodien in den Sinn, die sie noch eben gehört hatte. Unterdessen waren sie bei der Fischerhütte angekommen und Vater und Tochter stiegen ans Land, banden den Nachen an seinen Pfahl und trugen Fische, Netze und Ruder schweigend ins Haus. Kurze Zeit darauf starb der alte Fischer. Auf seinem Totenbette hatte er Hella noch einmal vor der bösen Insel gewarnt und sie hatte ihm versprechen müssen, niemals dahin zu fahren. Das verwaiste Mädchen wurde nun von anderen Fischersleuten an Kindesstadt angenommen und hielt sich in deren Hause brav und fleißig, freundlich und gut, wie früher, sodass alle Leute im Dorf sie lieb hatten. Nur beim Fischen war sie nicht mehr so eifrig wie sonst. Und das kam daher, weil die Neugierde, die verbotene Insel doch noch einmal zu sehen, ihr keine Ruhe ließ. Übrigens sprach sie mit niemandem darüber. Wohl ein Jahr war vergangen. Da war Hella wieder einmal ganz allein zum Angeln hinausgefahren. Schon geraume Zeit war sie umhergerudert und hatte fast gar keine Fische gefangen. Wie sie nun fortwährend so ins Wasser niedersah, bemerkte sie, wie neben dem Kahn einige schön duftende Blumen daher schwommen. Sie fischte davon heraus, was sich mit der Hand ergreifen ließ und betrachtete die Blüten mit großem Wohlgefallen. Die sind gewiss von der Schilfinsel, sprach sie für sich. Och, wer da hin könnte? Aber ich darf ja nicht, sagte sie nach einer Weile und sah traurig in die Ferne. Dann angelte sie weiter fort, hat aber kein Fischbiss an. Da kam ein großer Schmetterling durch die Luft geflogen, blau, rot und goldig, und er setzte sich auf die Blumen, die dem Kinn dem Schoß lagen. Der ist gewiss von der Schilfinsel, sprach sie wieder. Ich möchte doch für mein Leben gern einmal dorthin fahren. Aber es geht ja doch nicht an, rief sie noch einer Weile und die Tränen traten ihr in die Augen. Sie nahm die Schürze vor's Gesicht und weinte still vor sich hin. So saß sie längere Zeit und sah und hörte nichts. Da rauschte plötzlich etwas über ihrem Kopfe und als sie aufsah, hatte sich vorn auf die Spitze des Nachens ein prächtiger Vogel hingesetzt. Der sah sie mit klugen, blanken Augen an und zwitscherte dabei mit so feiner Stimme, als wolle er ihr allerlei Geheimnisse erzählen. Du kommst von der Schilfinsel, das seh ich dir an, sprach Hella. Du liebes Tier, ach, wie schön ist alles, was von daher kommt. Nur ein einziges Mal sehen möchte ich die nächsten Kinder, von denen der Vater sagte, dass sie so böse wären. Ich kann's mir gar nicht denken. Wüsste ich nur den Weg dahin, aber ich könnte ihn allein nicht wiederfinden. Da hob sich der prächtige Vogel mit seinem glänzenden Gefieder in die Luft und schwebte langsam um die nächste Waldecke. Er wollte mir den Weg zur Insel zeigen, sprach das Mädchen. Ich muss doch sehen, wo er geblieben ist. Sie ruderte ihm nach. Schon war sie nah an der Waldecke, als sie hörte, wie daheim in ihrem Dorfe die Kirchenglocken läuteten. Das klang so ernst und feierlich und erinnerte sie an ihren verstorbenen Vater und an ihr Versprechen, niemals zur Insel hinzufahren. Sie hielt mit dem Rudern an. Jetzt hob sich aber auch der Schmetterling von ihrem Schoß und flog ebenfalls um die Waldecke. Er lasse ihm traurig nach. Der ist nun auch fort, rief sie. Da will ich denn die schönen Blumen auch nur fortwerfen, sie helfen mir ja doch nichts mehr. Sie warf die Blumen in den See und auch sie schwamm den selben Weg, den der Vogel und der Schmetterling genommen hatten. Statt aber nun gleich ihren guten Vorsatz auszuführen, statt umzukehren und nach Hause zu fahren, ließ sie sich von einer sträflichen Neugierde betören. Sie wollte ja nur bis zur Waldecke fahren, um zu sehen, wo der Vogel, der Schmetterling und die Blumen geblieben wären. Dann kehre ich auch gleich um, sagte sie und will nie, nie wieder an die Insel denken. Mit eiliger Hass ruderte sie vorwärts, bis sie jenen waldigen Vorsprung erreicht hatte. Und siehe, da lag vor ihren Blicken das Zaubereiland in voller Pracht da. Sie erschrak, sie wollte umkehren und konnte doch nicht. Es war, als ob sie keine Kraft mehr in den Armen hatte, die Ruder zu führen. Schon klangen wieder die Flötentöne aus dem Schilf herüber, aber die Kirchenglocken im Dorfe verstummten. Sie hätte auch jetzt nicht mehr darauf geachtet. Der Vater, ihr Versprechen, alles war vergessen. Ihr Gewissen schwieg, sobald sie die lockenden Töne vernahm. »Ich muss hin! Ich muss hin!« rief sie. »Mag daraus werden, was will!« Neue Kraft belebte sie wieder. Mit allem Eifer ergriff sie die Ruder, und die Tiere und die schwimmenden Blumen waren auch wieder da und flogen und zogen dem Nachen voran, der wie von unsichtbarer Macht getrieben über das Wasser dahin flog, als ob er selbst ein Vogel wäre. Bald hatte sie das schattige Eiland erreicht und sprang aus dem Nachen auf die farbigen Kiesel des Ufers. Mit klopfendem Herzen schlüpfte sie nun durch die schlanken Schilfhalme, die wie hohe Palmen über ihrem Kopf zusammenschlugen. Und bald hatte sie eine lichtere Stelle erreicht. Da saßen sie, die Nixenkinder, unter den schattigen Blumenbüschen und bliesen auf ihren Rohrpfeifchen. Die Kinder waren schön mit blonden Locken und leuchtenden dunklen Augen. Sie lachten das Fischermädchen freundlich an, als sie aus dem Schilfe hervortrat und bliesen ruhig weiter. Ella legte sich vor ihnen ins Gras und hörte zu und es war ihr, als müsste sie immer da bleiben. Als aber die Sonne herabsank und schon nah am Untergehen war, da hörten erst die Nixenkinder aufzublasen und sprachen zu ihr, Ella, jetzt besteige wieder deinen Nachen und fahre nach Hause, damit deine Pflegeeltern nicht schelten, wenn du zu spät kommst. Und morgen kommst du hübsch wieder. Da wollen wir dich den Ringel reinleeren und dir unsere Lieder vorsingen. Das wird dich freuen. Ella tat, wie er geheißen war, bestieg den Nachen und fuhr heim. Sie war ganz glücklich über das, was sie erlebt hatte. Erst als sie sich ihrem Dorfe näherte, fiel es ihr mit einem Mal schwer aufs Herz, was die Pflegeeltern wohl sagen würden, dass sie so lange ausgeblieben sei und keine Fische mitgebracht habe. Mit traurigem Blick schaute sie auf die Netze zu ihren Füßen herunter und, was sah sie? Da sprang und wimmelte es in den Netzen von den schönsten Fischen. Die hatten die Nixen ja heimlich hineingetan. Beruhigt stieg sie ans Land. Wie aber die Irigen die vielen Fische sahen, die sie mitbrachte, freuten sie sich, und sie fragten nicht weiter nach, wo sie so lang geblieben wäre. Sie glaubten sicher, das Kind habe all die Fische selber gefangen. So fuhr nun Hella jeden Nachmittag zu der schönen Insel und brachte dort immer mehrere Stunden zu. Das Fischen verlernte sie fast ganz. Sie brauchte es ja nicht. Ihre Netze wurden auch ohne das jedes Mal von den Nixen mit Fischen angefüllt. Wie waren die Kinder freundlich und zutraulich zu ihr geworden? Sie lehrten sie allerlei hübsche Spiele, tanzten mit ihr den Ringel rein und sangen ihr Lieder vor, die klangen so schön, so wundervoll, dass Hella sie gar nicht mehr aus dem Sinn bekommen konnte. Fing aber der Tag an, zur Neige zu gehen, und die Sonne senkte sich den Bergen zu. Da trieben die Nixen jedes Mal mit einer Art Unruhe ihren Gast an, doch nur ja, schnell heimzukehren, ehe die Dunkelheit anbreche. Nun wurden die Abende aber immer schöner, denn es war die Zeit des Vollmondes. Gerne wäre Hella bei ihren Besuchen noch etwas länger auf der Insel geblieben, aber nach wie vor duldeten die Kleinen es nicht und taten gar geheimnisvoll, wenn sie fragte, warum sie denn nicht länger bleiben dürfe. Das machte das Mädchen neugierig und sie beschloss, der Sache auf die Spur zu kommen. Den anderen Tag, als sie wie gewöhnlich zur Insel gefahren war und die Zeit der Abfahrt herankam, nahm sie, wie sie es immer zu tun pflegte, von den Kindern Abschied und bestieg, nachdem sie durch die Schilfhecken geschlüpft war, ihren Nachen. Aber anstatt gleich nach Hause zu rudern, lenkte sie den Kahn leise in eine Bucht der Insel, wo sie durch die Blumenbüschel hindurch sehen konnte, was die nächsten Kinder vornehmen würden. Mit angehaltenem Atem saß sie in ihrem Schifflein da und lauschte. Die Sonne ging unter, der Vollmond trat klar hinter dem Walde hervor, und wie seine glänzenden Strahlen über den See fielen, da wurde das Wasser plötzlich ganz durchsichtig und, oh Wunder, was erblickte sie da, wie lauter Silber und Edelgestein schimmerte und flimmerte es auf dem Grunde des Sees herauf. Und was da so schimmerte und flimmerte, das waren lauter Bäume und Pflanzen, und die waren noch viel wunderbarer anzuschauen als alles, was sie bisher auf der Insel gesehen. Aber mitten unter den silbernen Bäumen stand ein großes perlmutternes Schloss, ausgelegt mit roten Korallen und farbigen Muscheln und bei dem Schloss stand ein Turm, der war von dem klarsten durchsichtigen Bernstein erbaut, wie man ihn nur an den Ufern des Meeres zu finden pflegt. Und in jedem Stockwerk des Turms hing eine große Glocke von reinem Kristall. Das war ein Anblick. Heller sah und sah und konnte sich nicht satt sehen daran. Jetzt schien der Mond gerade auf das Schloss. Da hoben alle Kristallglocken des Turmes an zu läuten. Das schien ein Zeichen für die Kinder auf der Insel zu sein. Noch einmal tanzten sie nach dem Takte der Glocken ihren Klingeltanz und sagten dazu Es ist Zeit, es ist Zeit ins Wasser, schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell. Und dann sprangen sie alle zusammen in das stille Wasser hinunter. Heller sah ihnen staunend nach und erstarrte fast vor Schrecken über das, was sie jetzt erblickte. Dieselben Kinder, mit denen sie noch eben gespielt, waren im Wasser in ganz andere Geschöpfe verwandelt. Zwar hatten sie noch immer die lieblichen Gesichter mit den blonden Haaren und den schwarzen Augen, aber ihre Leiber waren jetzt mit Schuppen bedeckt und statt der Beine hatten sie garstige Fischschwänze mit breiten Flossen bekommen. Die mauen Mädchen lief ein Grausen über das Herz, als sie das erblickte. Sie wagte es nicht, sich in ihrem Karne zu rühren. Sie fürchtete, die Nixen da unten könnten sie bemerken und sie zu sich hinunter ziehen. Erst als der Mond hinter die Wolken trat und der See im Abend Winde Wellen schlug, sodass der Blick in die Tiefe getrübt wurde, wagte es heller, nach Hause zu rudern. Ganz blass vor Schrecken über das, was sie erlebt, kam sie bei den ihrigen an. Als man sie fragte, was ihr fehlte, sagte sie, sie wäre krank und ging zu Bett. Da fiel ihr nun alles ein, was sich seit jener Fahrt, wo sie zuerst die Schilfinsel gesehen, mit ihr begeben hatte. Und unter heißen Tränen bereute sie nun ihre böse Neugier, ihren sträflichen Ungehorsam. Seit dieser Nacht fuhr sie nie mehr nach der bösen Insel hin. Und wieder war ein Jahr verstrichen. Heller zeigte sich in Gegenwart anderer Leute fleißig und gut wie früher. Zwar füllten sich ihre Netze nicht mehr von selbst an und sie musste tüchtig arbeiten, um Fische zu fangen, aber sie tat es gern. Sie hoffte, ihr früheres Vergehen wieder durch Arbeitsamkeit gut zu machen. Nur wenn sie allein war und sich von niemand belauscht glaubte, konnte sie nicht widerstehen. Da gab sie sich nach wie vor den Gedanken an die wundervolle Zauberinsel hin, statt dass es doch ihre Pflicht gewesen wäre, mit aller Kraft auch die leiseste Erinnerung daran zu unterdrücken. So sang sie wo sie nur irgend konnte jene Melodien leise vor sich hin, die sie von den nächsten Kindern gehört hatte. Nur auf dem See tat sie dies nicht. Nun begab es sich, dass einmal im Dorfe an einem schönen Samstagabend die Fischer Buben und Fischermädchen auf dem freien Platz am Ufer saßen. Die Burschen schnitzten an ihren Rudern und Angeln, die dirnstrickten Netze, und alle vertrieben sich dabei noch außerdem die Zeit gar anmutig, indem sie sich abwechselnd einander Geschichten erzählten und Lieder vorsangen. Heller pflegte bei solcher Gelegenheit, gewöhnlich auf einem großen weißen Stein zu sitzen, der rings vom Wasser umspült, nicht weit vom Ufer aus dem See hervorragte. Auch heute saß sie wieder da. Es hörte sich von dort aus der Gesang der anderen so hübsch an. Nun hatten die jungen Mädchen untereinander abgemacht, dass jede von ihnen der Reihe nach ein Lied singen müsse. Die älteste zuerst und sofort bis zu der jüngsten unter ihnen. Und das war Heller. Da gab es viel Schönes zu hören und über dem Singen war es spät geworden. Die Sonne war bereits hinter dem Walde untergegangen. Schon hatten die übrigen ihre Lieder beendet und jetzt kam die reiern Heller. Alle waren begierig, sie zu hören, denn sie wusste die meisten und schönsten Lieder und trug sie mit so lieblicher Stimme vor wie keine andere. Heller, komm herunter von deinem Stein, riefen einige. Setz dich hier in unseren Kreis, damit wir dich besser hören. Nein, nein, riefen andere, lass sie dort oben sitzen bleiben, es hört sich so viel schöner an, wenn der Gesang aus dem Wasser herüberschallt. Heller blieb sitzen. Sie sang ein altes Fischerlied, das sie noch von ihrem Vater gelernt hatte. Das Lied klang fromm und feierlich durch den stillen Abend. Die Burschen und Mädchen ringsum horchten mit innigem Wohlgefallen. Und als das Lied beendet war, baten alle Noch ein Lied, Heller, noch ein Lied. Ich weiß kein schöneres als das, sagte sie. Dir wird schon etwas einfallen, riefen die anderen und baten so dringend, dass das Mädchen es nicht abschlagen konnte. Lasst mir nur eine kleine Weile Zeit, mich zu besinnen, sprach sie. Nachdenken stützte sie ihren Kopf auf den Arm und schaute sinnend hinunter in das Wasser. Indessen war der Mond aufgegangen und schien hell auf die Stelle des Wassers, in die Heller hineinschaute. Da glaubte sie, eine große Blume zu sehen, die von den Wellen an den Stein herangespült wurde. Sie griff danach und indem sie die Blume immer und immer wieder betrachtete, versankt sie ins Nachdenken und vergaß alles, was um sie her vorging. Singe doch, Hella, riefen die Mädchen. Es wird spät und bald ist Zeit, zur Ruhe zu gehen. Hella achtete aber noch immer nicht darauf. Sie sah nur in die Blume hinein, die sie in den Händen hielt. Plötzlich richtete sie sich hoch auf und mit klarer Stimme, dass es weit über den See durch die stille Nacht hinschallte, sagte sie, es ist Zeit, es ist Zeit, ins Wasser schnell, auf Erden wird's dunkel, im Wasser hell. Und wie sie das gesagt hatte, glitt sie von dem Stein hinunter und stürzte in den See. In demselben Augenblicke streckten sich weiße Kinderarme aus den Wellen herauf und zogen sie in den Abgrund zu sich nieder. Aus der Tiefe aber klang es herauf, als ob viele Stimmen denselben Vers mit heller Stimme nachsagten, bis er endlich im Rauschen der Wellen verhallte. Was war das? riefen die Mädchen, und die Burschen eilten an den Strand, um der herabgestürzten nachzuspringen, damit sie sie retteten. Aber ein alter, achtzigjähriger Fischer, der auch hinzugetreten war, sprach, »Lasst gut sein, Kinder, ihr rettet sie nicht mehr. Hela ist von den Nixen herabgezogen. Ich war dabei, als ihr Vater auf dem Sterbebette sie warnte. Ich habe gehört, wie feierlich sie ihm versprach, sich nicht mit den falschen Kindern des Sees einzulassen. Sie folgte ihrem Vater nicht, und jetzt leidet sie die Strafe dafür. Und noch drei Tagen spülten die Wellen den toten Körper des armen Fischermädchens ans Ufer. Das Silberkindchen Am Strande der Ostsee, in der alten See- und Handelsstadt Danzig, war schon seit langer Zeit ein munteres, freundliches Kind gesehen worden, mit blondem Haar und blauen Augen. Es trug ein blaues Kleid mit Silber gesetzt und ein Silberband im Haar. Deshalb wurde es von den Leuten umher allgemein das Silberkindchen genannt. Wo irgendein paar Menschen sich recht von Herzen lieb hatten, zudem trat es gern heran, sprach mit ihm, sang ihm hübsche Lieder vor und machte ihm Freude, wo es nur konnte. Keiner wusste, wem das kleine Wesen gehörte, aber es fragte auch niemand mehr danach. Auch daran hatte sich schon jeder gewöhnt, dass das Kind immer eine silberne Lilie und ein Körbchen in der Hand trug. Die Leute meinten, das ist nun einmal so, was soll man sich darüber den Kopf zerbrechen? Das Silberkindchen war aber auch nicht gewöhnlicher Art. Es steckte etwas ganz Besonderes dahinter. Nicht nur mit Menschen ließ es sich ein. Es verstand auch die Sprache des Meeres, der Sterne, der Silberpappeln, der Erdmännchen und all dessen, was in der Welt einen klaren Silberschein hat oder mit dem Silber in Berührung kommt. Daher nannten es manche auch das Silber Elfchen. Als nun wieder einmal der Frühling nahte, der April vor der Tür war, sah man das Kindchen in ganz besonderer Unruhe. Während es sonst einem jedem freundlich Rede stand, der es nur ansprach, rief es jetzt jedem zu, hab keine Zeit, kann nimmer ruhen, hab viel zu schaffen, hab viel zu tun. Zu derselben Zeit hielt sich auch zufällig in Danzig ein Poet auch, der zugleich von Profession ein Maler war. Und wie ihr wohl wissen werdet, haben Poeten und Maler die absonderliche Gabe, Dinge herauszubekommen, die sonst kein anderer Mensch, nicht einmal die allergeheimste Polizei, aufzuspüren pflegt. Wie Wie der Poet von dem Silberkindchen hört, denkt er bei sich, dem musst du auf die Spur kommen, sonst bist du nicht wert, dass die Leute dich einen Dichter und Maler nennen. Also richtig, was hat er zu tun? Er geht schnell zu seinem Koffer, holt seine poetische Nebelkappe hervor und setzt sie auf, hängt sein überall und nirgends Mantel um und fort durch die Stadt, bis er das Silberkindchen entdeckt, wie es eben über den Holzmarkt dem Hohen Tore zuschreitet. Weil er habe durch seine Poeten Kapo unsichtbar war, so konnte das Kind ihn nicht sehen und merkte daher gar nicht, dass es einen so körperlichen Schatten hinter sich hatte. Wie sie nun beide aus der Stadt und dem Menschengewühle heraus sind und das Kind sich allein glaubt, entfaltet es plötzlich an den Schultern ein paar zarte Schmetterlingsflügel und fängt dann zu fliegen. Aber mein Malerpoet mit seinem Überall- und Nirgendsmantel fliegt ebenso gut. Und so geht's fort, immer mit dem Wind um die Wette, über die große Lindenallee fort, über Fluren und Wälder, bis wo die grünen Kiefern ihre Wurzeln in den Wellen der Ostsee baden. Da saß auf einem großen Granitblock ein anderes Kind, von frischen, fröhlichen Minen mit Blumen bekränzt. Und das war der Frühling. Es hatte einen Sonnenstrahl in der Hand und ließ damit Schneeglöckchen und Primeln um sich her aus der Erde wachsen. Und wie Silberelfchen das Kind sieht, läßt es sich aus der Luft zu ihm nieder, berührt es leise an der Schulter und spricht zu ihm, Frühling, kannst du mir Blumen schaffen, die sich für mich schicken? Und gerade bei diesen Worten ist der Malerpoet schnell bei der Hand gewesen und hat im Fluge ein Bild von den beiden und von sich selber aufgezeichnet. Wenn nun das Silberkindchen den Frühling um Blumen bittet, nimmt dieses seinen Kranz vom Kopf und will ihm dem Elfchen geben. Das aber weiset die Blumen ab und spricht Nein, nein, deine Blumen vergehen, wenn Stürme wehen. Die Blumen, die ich mein, müssen echter sein, in Feuer und Wasser als echt sich bewähren, in Sonne und Mond so recht sich verklären. Da merkte der Frühling erst, mit wem er es zu tun hatte und sprach, komm, ich will dich hinführen, wo du Blumen findest, die für dich sich schicken. Und so nahm er das Silberkindchen bei der Hand und zog mit ihm fort durch den Kiefernwald, bis sie zu einer großen Grotte kam, am Ufer des Meeres. In der Grotte saßen drei holde Seejungfrauen, die hatten sich silberne Blumen aus der Tiefe des Meeres herauf geholt, dorthe, wo keine Stürme wehen, die Sonne nichts mehr verbrennt und der Winter nichts zu Eis gefrieren lässt. Sie banden schöne Gewinde, Kränze und Sträuße aus den Blumen und sangen dabei wunderbare Melodien. Wie freuten sie sich, als sie die beiden fröhlichen Kinder sahen. Ehe Silberkindchen sie noch gebeten, wussten sie schon sein Begehren, denn es waren gar weise Jungfrauen. Alsbald reichten sie ihm daher die silbernen Kränze und Blumen genauso wie das Kind es sich wünschte. Aber auch der Malerpoet war von seinem Mantel schon daher getragen und sah und hörte alles mit an. Nach dem Silberkindchen Kranz und Strauß in sein Körbchen getan, dankte es den Seejungfrauen mit freundlichen Blicken und nahm vom Frühling Abschied. Es wollte wieder nach der Stadt fliegen, um sich dort noch manich andere Dinge zu holen. Schneller hob es seine Flügel und flog den Weg, den es gekommen, zurück und der Poet ihm immer nach bis mitten in die Stadt, wo sie sich endlich in der Goldschmiedegasse niederließen. Da zog das Silberhälfchen seine Flügel ein und ging, wie jedes andere Kind, nicht durchs Schlüsselloch, sondern durch die Tür eines Hauses und Gang und Hof, bis es in die Werkstätte eines Goldschmiedes eintrat. Wer aber noch nicht zu Hause war, das war der Meister Goldschmied und die Frau Meisterin. Nur ihre zwei Kinderchen saßen an der Erde und besahm ein silbernes Bilderbuch. Das Älfchen nahte sich ihnen, ohne dass sie es merkten, und guckte ihnen über die Schulter in das Buch. Wie da die Kinder eben an einem Bilde sich erfreuten, auf welchem ein geflügeltes Älfchen abgebildet war, sprach eins von ihnen, ach, wer das doch einmal wirklich sein könnte. Da rief das Silberkind hinter ihrem Rücken, seht euch um, und wie sie es taten, siehe da, da stand das, was sie eben gewünscht hatten, leibhaftig vor ihnen. Schnell zeichnete der Maler das liebliche Bild. Und bald darauf kam auch der Goldschmied mit seiner Frau und dem Gesellen nach Hause. Kaum waren sie in die Werkstätte getreten, so hüpfte das Silberkind wie zu einem alten Bekannten zum Meister heran und sprach »Du Alter, gib mir zwei silberne Ringe!« »Hast du denn noch Geld?« fragte es der Goldschmied. »Nein«, antwortete das Kind, »aber ihr sollt später tausendfach dafür bezahlt werden!« Da sprach die Frau Meisterin leise zu ihrem Manne, »Mann, du wirst dir doch die Ringe nicht geben, die Sache kommt mir verdächtig vor!« Diese Worte hatte das Kind aber gehört und rief, »Wenn ihr mir nicht glaubt, so seht in meine Augen!« Und als die Leute das taten, sprachen sie, »Wir trauen dir, deine Augen sind klar und rein wie das Silber und wie die Treue selbst. Du kannst und wirst uns nicht belügen!« Sogleich holte der Silberschmied zwei silberne Ringe und gab und gab dem Kind Das probierte sie auf seinem eigenen kleinen Fingerchen und alle, die in der Stube waren, konnten nicht genug das seltsame Kind anstauen und mussten ihm Zutrauen schenken, sie mochten wollen oder nicht. Der Maler zeichnete auch dies in sein Skizzenbuch. Auch die Ringe legte das Elfchen in sein Körbchen. Ehe es aber Abschied nahm, bat es den Goldschmied, er soll ihm doch sagen, wer seinen Kindern das silberne Buch geschenkt habe. Der Meister wollte erst nicht recht mit der Sprache heraus, zuletzt aber fasste er sich ein Herz, nahm das Elfchen auf die Seite und sprach leise, damit der Gesell es nicht hörte, ich weiß, du wirst mich nicht verraten, ich stehe mit Erdgeistern und Gnom im Inneren der Erde im Verkehr, die schaffen mir mein Silber und lieben mich und meine Kinder und schenken ihnen dann bald hier, bald da etwas. Schön, schön, sagte Silber Elfchen, führ mich zu ihnen hin. Das darf und kann ich selber nicht tun, antwortete der Gold Schmied. Aber mein kleiner Junge da, das ist der Liebling der Gnom, weil er so hübsch mit ihnen zu spielen versteht, der soll dich zu ihnen führen. So macht nur schnell, sprach Silber Elfchen. Der kleine Gold Schmied Junge aber holte sein Laternchen herbei und ließ es sich von der Mutter anzünden. Dann fasste er das Elfchen bei der Hand und stieg mit ihm hinunter in den Keller. Da hob er eine kleine Falltür auf und rief in die Tiefe hinunter Rumpelstelzchen, Koboldchen, schick mir deinen Eimer herauf. Ich bringe euch hier einen Spielkameraden. Sogleich kam auch ein großer Eimer heraufgerasselt. Da setzten die beiden Kinder sich hinein und fuhren mit ihm in die Tiefe, wohl tausend und mehr Fuß hinunter. Dann ging es wieder seitwärts, die Kreuz und die Quere, bis sie in einer großen schimmernden Höhle ankam. Da saß der alte Berggeist auf seinem flimmernden Thron und um ihn her hämmerten und klopften und scharrten und karrten seine Kobolde und Gnomen groß und klein. Die liefen nun sogleich herbei und hoben die Kinderchen aus dem Eimer. Dann stellten sie Silberkindchen auf einen Felsblock und alle Erdmännchen machten nun ihren Hokuspokus und tanzten in großen Freuden um den Block herum, während das kleine Goldschmiede Jüngelchen sich hoch neben den Thron des Erdgeistes stellte und mit Vergnügen ihn zusah. Nachdem das so eine Zeit lang gedauert, trat Rumpelstelzchen einer der Hauptkobolde aus dem Kreise hervor, kniete vor dem Silberkindchen hin, reichte ihm einen feingeschliffenen silbernen Spiegel da und sprach, Wir wissen, dein Begehr, du willst den Zauberspiegel, Glück auf, ich bring ihn her, kommt eben aus dem Tügel. Er ist so hell und blank und rein, er ist der treue Widerschein und schaust du selber da hinein, dein Bild wird in dem Spiegel sein. Mit diesen Worten hielt der Kobold dem Silberkindchen den Spiegel der Treue hin. Mit genauer Not kam der Maler noch eben dazu, als der Tanz zu Ende ging. Denn der Zaubermantel hatte in dem engen Schachtel nicht zum Fliegen kommen können. Darum hatte der arme Manderin förmlich herunter rutschen müssen, wie ein Schornsteinfeger in einem Schornsteiner. Als das Silberkind den Spiegel erblickt und sieht, wie sein eigenes Bild vom Hineinschauen sich fest darin abdrückt, spricht es voll Freuden, schenken, das ist der Spiegel, den ich gesucht, es ist der Spiegel der Treue, nun habe ich alles, was ich brauche, schönen Dank. Und schnell nimmt es den Spiegel, tut ihn in sein Körbchen und steigt wieder mit dem kleinen Goldschmiedejung in den großen Eimer, der dann auch ganz gemächlich mit ihnen wieder zur Erde heraufrasselt. Aber auch der Malerpoet hatte sich vorgesehen. Er hatte, als der Eimer sich erhob, schnell an den Bügel sich festgeklammert. Und so kamen alle drei wieder glücklich an die Oberfläche der Erde, wo sie in dem Keller des Goldschmieds ausstiegen. Natürlich führte sie ihr Weg auch wieder durch die Werkstätte. Und als das Silberkind da an der Schwarzwälder Uhr vorüberging, erschrak es nicht wenig. Es sah, dass der Zeiger der Uhr bereits auf die achte Abendstunde wies. Schnell sprang das Elfchen daher hinaus, über Hof und Gang und Haus floh auf die Straße, breitete die Flügel aus und flog mit Windesschnelle einer entfernten Gasse zu. In dem Haus, vor dem es sich niederließ, feierte ein würdiges Ehepaar, das die treueste Liebe verbannt, sein 25-jähriges Hochzeitsfest. Das wusste das Kind. Schnell trat es in das Haus und fuhr das Jubelbrautpaar hin und reichte ihm mit freundlichen Worten die schönen Gaben. Den Silberkranz und Silberstrauß und die Ringe und den Zauberspiegel als Lohn als Lohn als Lohn der Treue, die sich wie das Silber im Feuer bewährt und in der Sonne verklärt. Die Glücklichen empfingen voller Freude die seltenen Geschenke. Sie betrachteten alles staunt und bewundernd, doch als sie es dem Kinde danken wollten, da war es verschwunden. Der Malerpoet aber legte zu Hause seine poetische Nebelkappe und seinen malerischen Überall- und Nirgendsmantel vergnügt in den Koffer. Da ruht beides, bis er wieder einmal Verborgenes erforscht und erzählt und zeigt, was kein anderer sieht und weiß. Die drei Schwestern Ein reicher Landmann war gestorben und hatte seinen drei Töchtern Salome, Cordula und Ursula ein hübsches Vermögen, einen schönen Bauernhof und viele Hufen wohlbestelltes Getreideland hinterlassen. Leider waren die drei Schwestern gerade das Gegenteil von ihrem braven Vater. Der Mann hatte stets ein offenes, fröhliches Gemüt gehabt und war allzeit ein Freund und Wohltäter der Armen gewesen. Seine Töchter dagegen waren engherzige, habsüchtige und neidische Geschöpfe, die in Mitmenschen weder Freude noch Wohlstand noch guten Namen gönnten. Aber auch ihrem eigenen Leibe entzogen sie aus schmutzigem Geiz jeden heiteren, unschuldigen Genuss und bereiteten sich das kümmerlichste Leben. Von der ganzen Erbschaft, die der Vater ihnen hinterlassen hatte, behielten die Töchter nur Silber und bares Geld, um es in ihrem Kasten zu verschließen. Dagegen verkauften sie Haus und Hof, Land und Herden, legten das dafür gelöste Geld zu ihren anderen Schätzen und wählten zu ihrem Aufenthalt einen kleinen engen Schafstall im Felde, den sie sich notdürftig zur Wohnung einrichten ließen und zu dessen Wächter sie den alten Kettenhund ihres Vaters mitnahm. Schon an dem Anzuge der drei Jungfrauen konnte man ihre Sparsamkeit erkennen, denn ihre Kleider waren abgetragen und vielfach gepflegt. Salome, die Älteste, kleidete sich ganz schwarz, Cordula, schwarz Frau und Ursula die Jüngste, die sich noch bisweilen etwas mehr als die beiden anderen erlaubte, trug zu ihrem schwarzen Kleide doch wenigstens einen weißen Kragen und weiße Manschetten. Freilich war diese Wäsche nicht immer die sauberste zu nennen, denn gute Wäsche braucht Seife und Seife kostet Geld. Und das Geld sollte doch nun einmal wo irgend möglich gespart werden. Fragte man die Schwestern, warum sie sich in so dunkle und trübselige Farben kleideten, so sagten sie, sie täten es, weil sie es für sitzamer hielten, wenn Jungfrauen keine prunkenden und bunten Kleider trügen. Doch das war eitel Heuchelei, denn sie taten es nur deshalb, weil schwarze Kleider gegen Sonne, Staub und Flecken länger vorhalten. Wie es aber in Küche und Speisekammer der drei Jungfrauen bestellt war, wollen wir lieber gar nicht untersuchen. Beim Anblick ihres Mittagstisches würde wohl manchem der Appetit für lange Zeit vergangen sein. Nur an einem einzigen Tage im Jahr taten sie sich gegen ihre Gewohnheit etwas Absonderliches zugute. Nämlich am 1. Mai. An diesem Tage waren alle drei Schwestern, wenn auch in verschiedenen Jahren, geboren. Kaffee und Kuchen waren die Genüsse, in denen sie an diesem Tage schwelgten und wodurch sie sich für die Entbehrungen des ganzen Jahres entschädigten. Nimmermehr hätten sie sich diese Leckereien erlaubt, wenn sie dafür Geld hätten ausgeben müssen. Das hatten sie aber nicht nötig. Ihr Onkel war nämlich ein reicher Gewürzkrämer in der Stadt. Der pflegte ihnen aus alter Familienanhänglichkeit, das alles zu ihrem Geburtstage zu schenken. Nun geschah es das wieder einmal, der 1. Mai erschienen war. In diesem Jahre fiel er gerade auf den Sonntag. Es war ein schöner, sonniger Frühlingsmorgen. Aus der Kirche klang feierlich der Ton der Orgel und der Gesang der Dorfgemeinde durch die heitere Luft. Die drei Schwestern waren nicht in der Kirche. Alle ihre Gedanken richteten sich einzig und allein auf die Zubereitung ihres Festmahles. In dem kleinen Winkelkämmerchen, das zur Küche eingerichtet war, hatte jede von ihnen vollauf zu tun. Salome saß da und hielt ihre Kaffeemühle mit den Knien fest. Das Rasseln und Knarren der Mühle klang in ihren Ohren viel erbaulicher als der fromme Gesang der Gemeinde. Cordula stand am Feuerherde, und das Summen des kochenden Wassers war eher eine festlichere Musik als der Klang der Kirchenorgel. Ursula bewegte schwatzend ihre Zunge, ebenso schnell wie ihre Hand und die Rute, mit der sie den würzigen Kuchenteig einrührte und das Weiße vom Ei zu Schaum peitschte. Das war die Sonntagspredigt, mit der sie ihre Schwestern erbaute. Endlich brodelte der Kaffee im Feuer und die Kuchen knisterten im Fett. Ein Zeichen, dass die ersehnte Mittagsstunde gekommen war. Die Luft draußen war mild, warm und erquicklich. Die Schwestern beschlossen, ihre Mahlzeit unter dem alten, offenen Strohschuppen einzunehmen, der sich hinter ihrem Häuschen befand. Man konnte dort über die sumpfigen Wiesen nach dem Walde hinaus sehen, ohne von anderen Menschen gesehen zu werden. Denn die Wiesen waren von Gräben und Dornhecken umgeben und kein Fußweg führte darüber hin. Nichts in der Welt wäre den Jungfrauen entsetzlicher gewesen, als wenn sie von den Bewohnern des Dorfes bei ihrer Geburtstagsfeier belauscht worden wären. Die Leute hätten sie ja für reiche Damen halten müssen, wenn sie solchen Aufwand erblickten. Schnell wurde der Festraum in Ordnung gebracht. Salome bedeckte einen halbzerbrochenen Futterkasten mit einer alten, blauen Küchenschürze. Das war die Festserviette. Cordula holt aus der Kammer die Sitze. Einen Küchenschemel, einen Lichtkasten und einen uralten, mächtigen Lehnstuhl herbei. Letzterer hatte aber nur drei Beine. Von diesen pflegte das eine beim Tragen jedes Mal samt seiner Querleiste aus den Fugen zu gehen. Die gute Cordula musste dann gewöhnlich erst die schadhaften Stellen mit Steinen zurechtklopfen und das fehlende Bein durch untergelegte Klötze künstlich ersetzen. Nachdem so alles geordnet, war das Mal aufgetragen. Nun begann die eigentliche Geburtstagsfeier. Diese bestand aus nichts anderem, als dass die ausgehungerten Schwestern nach Herzenslust aßen, tranken und schwatzten, wobei sie keinen Augenblick Zeit behielten, sich in der grünen Frühlingslandschaft umzusehen, die vor ihren Blicken dalag. Sie bemerkten es nicht, wie luftig die leichten, hellen Wolken, gleich weißen Schäfchen am Himmel, in der warmen Sonne spielten. Wie einige Apfelbäume nah bei ihrem Schuppen in voller roter Blüte prangten. Wie die Wiese voller bunter Blumen leuchtete. Wie die Füllen auf der Weide sprangen und die Vögel in den Lüften sangen. Wie die Bienen sogen und von Blume zu Blume die Käfer flogen. Sie schwatzten immerzu. Und plötzlich ertönte in einiger Entfernung von ihnen, hinter einer hohen Dornenhecke, ein starkes Husten. Die Schwestern wandten die Köpfe nach der Richtung, wo sie das Geräusch gehört hatten. Da sahen sie aus dem Dornengebüsch einen alten Bettler hervortreten. Nie, solange sie erwohnten, war durch jene Hecke ein Mensch jemals durchgedrungen. Langsam setzte der Mann seine Krücken nach dem Strohschuppen, in dem die Jungfrauen saßen in Bewegung. Überrascht von einem so unerwarteten Besuche, fuhren die Jungfrauen empört in ihren Sitzen auf. Zugedeckt, ehe ihr unser Mittagsbrot sieht, rief Salome der Schwester Cordula zu. Sogleich fasste diese die Zipfel der Schürze und schlug sie über Teller, Kannen und Tassen zusammen. Ursula sprang vor den Tisch hin und breitete ihr enges Kleid möglichst nach beiden Seiten aus, um den Tisch zu verdecken, damit der Mann auch nicht die geringste Ahnung davon haben sollte, welchen unerhörten Aufwand sich ertrieben. Indes war der Bettler herangekommen. Demütig zog er die Pelzkappe von seinem ehrwürdigen, schneeweißen Haupte und murmelte einige bittende Worte. »Das hast du hier zu tun?« schrien die Jungfrauen ihm entgegen. »Nur ein Pfennig oder ein paar Brosam von eurem Tische da«, sprach der Alte mit sanfter Stimme. »Was, Tisch?« eiferte Salome. »Unverschämter Herumtreiber! Auf dem Tisch ist nichts, gar nichts für dich!« »Wir haben selbst nichts zu essen!« schrie Cordula. »Auf der Stelle! Pack dich fort!« So fuhren sie von allen Seiten den Armgreis an, als sich plötzlich ein leichter Windstoß erhob und die blaue Schürze auseinanderwehte, so dass das Mahl in seiner vollen Lockung aufgedeckt ward. Wie das der Bettler sah, schlug er die Hände vor erstaunend zusammen. »Ach, du lieber Himmel!« rief er, »so kostbare Gottesgaben! Und das nennt ihr nichts?« »Hätte ich, armer, hungriger Mann, nur den Abfall davon, wie sollte mir das schmecken?« Unterdessen hatten die Schwestern heimlich die Köpfe zusammengesteckt. Sie besprachen sich leise, was wohl zu tun wäre, um den Mann loszuwerden. Sie stießen dabei immer von Zeit zu Zeit harte Worte gegen ihn aus, da er nicht von der Stelle gehen wollte. »Bedenkt doch, liebe Grauen!« rief der Greis. »Bedenkt doch, dass heute ein Sonntag ist!« Schauet hin, wie der liebe Gott ringsumher die hungrigen Tierlein ernähret, wie er die Vögel mit Blättern speist, die Bienen mit frischem Blütenstaub erquickt und die Herden mit jungem Grase füttert. »Bedenkt doch, liebe Damen! Ein Almosen, das ihr einem armen, schwachen Manne gebt, ist auch ein Gottesdienst. Steht ja doch in der Bibel geschrieben, wohlzutun und mitzuteilen, vergesset nicht! Denn solche Opfer gefallen Gott wohl!« Die Schwestern flüsterten noch eine Zeit lang fort. Endlich sprach Salome zu dem Mann, »Alter, du badst uns erst um den Abfall von unserem Mahle, den wollen wir dir geben. Dann aber mach, dass du fortkommst. Ursula«, rief sie hierauf zu ihrer Schwester, »geh doch hinein in die Küche und hole dem Mann das, was in dem grauen Topf auf dem Fensterbrett steht.« Ursula ging ins Haus und kam bald wieder zurück. Sie trug unter ihrer Schürze etwas verdeckt und rief dem Bettler entgegen, »Komm, Alter, halt deine Mütze auf!« »Gott, vergelt's euch nach eurem Willen und geb euch das hundertfach wieder, was ihr mir heute gebt«, sprach der Bettler. Mit zitternder Hand hielt er seine Pelzkappe hin. Und Cordula schüttete aus dem Topf, den sie verdeckt gehalten hatte, etwas in seine Mütze hinein. Der Alte sah eilig nach, was er wohl bekommen habe. Er stutzte. Er mochte seinen Augen nicht trauen. Aber so viel er auch darin herumfühlte und wühlte, es war und blieb nichts anderes als leere Eierschalen. »Das für mich«, rief er. Und sein mildes, blasses Gesicht war plötzlich von Zorn durchglüht. »Für wen denn sonst, du Schwachkopf?«, fuhr Ursula ihn an. »Das für mich«, rief der Alte mit noch stärkerer Stimme. Dabei warfen seine dunklen Augen einen stechenden Blick auf die Weiber. »Unverschämte Herumtreiber«, schrien diese ihn an. »Wärest du wirklich so hungrig, wie du sagst, so würdest du uns danken und die Schalen dir zum Mehl zerreiben und dir damit den Hunger stillen. Du verdienst keine Wohltaten, du tauge nichts.« »Das für mich?«, rief der Alte zum dritten Mal. Aber jetzt, mit einem so durchdringenden, schneidenden Ton und von einem so stechenden Blick seiner Augen begleitet, dass die drei Schwestern vor Schrecken erbleichten. Doch bald fassten sie sich wieder und riefen ihm zu, wenn er sich nicht auf der Stelle fortpacke, so würden sie den Kettenhund holen und ihn weghetzen. Da reckte sich der Alte hoch auf. Seine Gestalt wurde die eines Riesen, seine Augen rollten wie glühender Kohlen. Sein weißes Haar sträubte sich wie die Mähne eines zornigen Löwen. Mit zuckender Hand ergriff er die Eierschalen in seiner Mütze und rief mit furchtbar donnernder Stimme, »Nein! Nicht für mich! Für dich! Und für dich! Und für dich! Und für dich sind diese Gaben!« Dabei warf er die Eierschalen den drei Schwestern der Reihe nach ins Gesicht. Als dann fasste er die Krücken mit starken Händen, schwang sie hoch in der Luft über den Köpfen der Jungfrauen und sprach, »Ihr Hartherzigen, die ihr so eure armen Mitmenschen behandelt, ihr seid nicht wert, noch länger als Menschen zu leben auf dieser schönen Erde. Lebt! Aber werdet das, wozu ihr euch selber gemacht habt, durch eure Habgier, eure Hartherzigkeit und eure Neid. Die Schwestern hatten bei diesen Worten vor Angst und Scham die Blicke zur Erde gesenkt. Als sie die Augen wieder aufschlugen, war der Bettler verschwunden. Keine Spur war mehr von ihm zu sehen. Sie glaubten, sie hätten das, was sie eben erlebt, nur geträumt. Aber ein heftiges Jucken und Brennen an der Stirn machte, dass sie bald mit der Hand nach den brennenden Stellen hinfassten. Da fühlten sie, wie die ihnen an den Kopf geworfenen Eierschalen noch immer festklebten. Sie versuchten es, sie von der Stirn abzulösen. Vergebens, die Schalen saßen fest, als wären sie mit der Stirnhaut verwachsen. Schreck, Angst und Gewissensbisse bewirkten, dass die Jungfrauen von ihrem Festmahle nicht das geringste mehr anrühren konnten. Sie fühlten sich krank an allen gliedernd, und zitternd und schweigend deckten sie den Tisch ab. Und begaben sich in ihre Kammer. Ohne ein Wort miteinander über das Erlebte zu sprechen, legte sich jede von ihnen in ihr Bett, und bald waren alle drei in tiefen Schlaf versunken. Mehrere Tage waren seit dieser Begebenheit verflossen. Die Bewohner des Dorfes hatten in dieser Zeit von den drei Schwestern nichts gehört, noch gesehen. Die Tür des Hauses war verschlossen geblieben. Nur der arme Kettenhund auf dem Hofe hatte den letzten Tag so jämmerlich geheult und gewinselt, dass die Leute, die dem Hause zunächst auf dem Felde beschäftigt waren, es nicht länger anhören konnten. Sie entschlossen sich hinzugehen und nachzusehen, was es da gäbe. Wie sie auf den Hof kamen, fanden sie das arme Tier fast verhungert da liegen. Man sah es ihm an, dass es mehrere Tage nichts gefressen hatte. Die Leute pochten an die Haustür, aber niemand öffnete. Sie klopften an die Fenster, aber im Hause blieb alles still. Sie schauten durch die Fenster in die Stube hinein, aber kein Mensch war drin zu sehen. Nachdem die Leute das Pochen und Rufen immer und immer wiederholt hatten, ohne Antwort zu bekommen, zeigten sie die Sache beim Amtmann an. Der begab sich auch sogleich mit einem Schlosser zu dem Hause hin und ließ die Türen mit Gewalt öffnen. Man ging durch Stube, Kammer und Küche, aber keine menschliche Seele war zu finden. Zuletzt hob man die Bettdecken auf, in der Meinung, die Schwestern könnten vielleicht darunter liegen. Auch da war keine Jungfrau zu sehen. Aber statt ihrer lag in jedem Bette ein großes Vogelei. Man deckte ruhig die Decken wieder darüber, der Amtmann versiegelte von Gerichts wegen das Haus und ließ in dem Amtsblatte bekannt machen, dass jeder, der über die vermissten drei Schwestern etwas erfahren würde, es in der Amtsstube anzeigen sollte. So vergingen mehrere Monate und kein Mensch wusste über die vermissten Nachricht zu geben. Nun kam die Heuernte heran und die Bauern schnitten in der Nähe des verlassenen Hauses ihr Gras. Da sahen sie eines Tages zu ihrem großen Erstaunen, wie durch eine zerbrochene Fensterscheibe jenes Hauses ein Rabe, eine Krähe und eine Elster herausgeflogen kam. Die drei Vögel hatten silberne Ketten um den Hals und im Schnabel blanke Löffel und Geldstücke und damit flogen sie in den nächsten Wald. Nach einer Stunde kamen sie dann wieder zurückgeflogen, schlüpften durch die zerbrochene Scheibe in die Kammer zurück und bald flogen sie wieder, gerade wie vorhin, mit Silber und Gold im Schnabel heraus und geradewegs dem Walde zu. So ging das von Stunde zu Stunde bis es Abend wurde. Auch dieses zeigten die Bauern auf der Amtsstube an. Der Amtmann, wie er ihren Bericht anhörte, schüttelte nachdenklich den Kopf und sprach, den Tieren muss ihr Handwerk gelegt werden. Sogleich begab er sich mit den Gerichtsdienern zu dem verlassenen Hause. Die Vögel sind drin, riefen die Mäher dem Amtmann entgegen als auf das Haus zu Schritt. Wir haben die Laden des Fensters zugemacht, durch das sie hineinflogen, da sind sie drinnen gefangen. Behutsam öffnete man nun die Tür. Als aber der Amtmann mit seinen Begleitern in die Stube trat, brausten der Rabe, die Krähe und die Elster an den Köpfen der Gerichtsperson vorbei, dass dem einen die Perücke, dem anderen der Hut vom Kopf verfiel. Und fort waren sie. Die Stube ward nun durchsucht. Da fand man auf dem Tisch ein offenes Kästchen, worin sich noch einige Taufmünzen und silberne Löffel befanden. Offenbar hatten die Vögel die übrigen Gegenstände daraus schon fortgeschleppt. Bei näherer Besichtigung entdeckte man aber in dem Kästchen noch einen verborgenen Raum, in dem sich ein versegeltes Papier vorfand. Die Schrift enthielt den letzten Willen, den der Vater der drei Schwestern mit eigener Hand niedergeschrieben und worin er sein halbes Vermögen den Armen im Dorfe geschenkt hatte. Und all das Geld hatten die bösen Schwestern für sich behalten. Wo aber mögen die Weiber das Geld alles hingetan haben? fragte nachdenklich der Amtmann. In dem rief der Gerichtsdiener, Sehen Sie doch schnell, Herr Amtmann, durch jenes Fenster, da sitzen die drei Vögel auf dem Stein unter dem Nussbaum und scharren und picken in die Erde, als wollten sie in aller Eile noch etwas herausholen. Rasch wurden nun Spaten und Brecheisen herbeigeholt, und die Männer begaben sich zu dem Stein, wo die Vögel saßen. Diese flogen scheu von ihrem Platze auf, als sie die Leute kommen sahen, und unter lautem Krächzen und Schreien setzten sie sich auf einen dürren Zweig des Nussbaums, von wo sie alles sehen konnten, was unten vorging. Man grub an der bezeichneten Stelle nach, und richtig fand man bald in der Erde einen großen eisernen Topf mit lauter blanken Talerstücken. Das war offenbar das Geld des reichen Bauern, das seine drei geizigen Töchter hier vergraben hatten. Schon bückten sich die Leute, um den Topf aus der Erde zu heben. Da flogen plötzlich die drei Vögel mit wütendem Geschrei von ihrem Ast herunter und sausten den Männern mit solcher Wut um die Köpfe, als wollten sie ihnen die Augen aushacken. Zufällig aber war mit den anderen Leuten auch der Jäger des Ortes auf den Hof gekommen, um zu sehen, was es da gäbe. Wie der die Bosheit der drei Tiere erblickte, machte er einen kurzen Prozess, nahm seine Jagdflinte von der Schulter und schoss sie gegen die wütenden Tiere ab. Da er aber mit Fleiß die Flinte hochhielt, damit er nicht auch die Männer treffen möchte, die den Schatz ausgruben, ging die Kugel in die Luft, ohne die Vögel zu treffen. Und dennoch hatte sein Schuss den besten Erfolg. Die Vögel kamen dadurch in solche Angst, dass sie auf und davon flogen. Man sah sie weit hinten im Walde verschwinden. So ward nun der Schatz ruhig aus der Erde geholt. Und weil von den drei Schwestern nichts weiter zu hören und zu sehen war, wurden nach einem Jahre all die blanken Taler, die sich in dem eisernen Topf befanden und alles übrige Hab und Gut der bösen drei Weiber an die Armen im Dorfe verteilt. Tja, wo aber sind denn die drei Schwestern geblieben? Das will ich euch sagen. Der alte Bettler, der den drei Jungfrauen die Eierschalen an die Stirne geworfen hatte, war niemand anders gewesen, als ein mächtiger Erdgeist, der die Macht hatte, böse Menschen in Tiere zu verwandeln. Nachdem er seine Zauberworte über die drei Schwestern ausgesprochen, hatten diese mit den Eierschalen an der Stirne sich in ihre Betten gelegt und da waren sie zu Eiern verwandelt worden. Und aus den Eiern waren nach wenigen Tagen die drei Vögel herausgekommen, die nun ihre Schätze so viel wie möglich in den Wald zu retten suchten. So war die schwarze Salome in einen Raben, die grau-schwarze Kaudula in eine Krähe und die schwarz-weiße Ursula in eine Elster verwandelt worden. Noch immer haben diese drei Vögel eine besondere Gier nach goldenen und silbernen Dingen, nach Geld und nach Schmuck. Und wo sie irgend dergleichen sehen, denken sie, es wäre von dem ihrigen und schleppen es in ihr Nest. Noch immer scharren sie in der Erde und meinen, es könnte vielleicht an der Stelle jemand ein Geldstück verloren haben, das sie gerne finden möchten. Und Und weil sie als Menschen immer so widerwärtig über ihre Mitmenschen gesprochen haben, so krächzen sie noch als Vögel fortwährend mit heiserer Stimme und die schwarzhafte Elster am allermeisten Das war die Feenstaub Märchensammlung mit den schönsten Märchen von Robert Reinig Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo hinterlässt. Und vielleicht magst du dir auch die Möglichkeit ansehen, meinen Kanal außerhalb von YouTube mit einer Patreon-Mitgliedschaft zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.